Wie ist die Hybride-Veranstaltung? So Sie Fragen und Anmerkungen zum Vortrag von Herrn Dürnberger haben. Ich darf mir noch kurz vorstellen, mein Name ist Markus Raschke, wir machen von Protect the Planet zusammen mit Helmut Paschlau die Veranstaltungsreihe mit einer Reihe von Partnern. Helmut Paschlau wird gleich noch ein paar Sätze dazu sagen. Protect the Planet ist eine Initiative der Unternehmerin Dorothea Sigtis, die sich sehr freut, dass wir auf diese Art und Weise mit vielen Aktiven aus der Klima- und Umweltschutzszene uns intensiv mit dem Thema Essen und Ernährung auseinandersetzen können. Und das ist ein sehr allumfassendes Thema, wo ich für heute auch sehr neugierig bin, wie das in Sachen Landwirtschaft aussieht. Und deswegen freuen wir uns auch, dass der ein oder die andere zu uns gefunden hat. Das Thema ist sehr wichtig. Ich denke, wir freuen uns alle auf den Referenten. Und diesbezüglich darf ich dann insofern das Wort an unseren Moderator Helmut Paschlau übergeben. Ja, danke. Ich begrüße Sie auch alle hier im Saal. Überschaubar heute. Aber umso mehr in den Bildschirmen. Wir begrüßen Sie aus München. Wir haben ja mittlerweile Gäste von Hamburg bis Wien. Das ist ja super. Heute machen wir wieder das Experiment gleichzeitig im Saal als auch übertragen. Hat das letzte Mal super geklappt. Live hat Vorteile. Man hat einen direkten Kontakt, kann direkt reden, kann mit dem Referenten Kontakt aufnehmen, vielleicht manchmal hinterher noch ein Bierchen trinken gehen oder einen Apfelsaft. Und der Bildschirm hat natürlich auch Vorteile. Man muss sich nicht hierher bewegen. Es hat sich sehr gut eingespielt, diese hybriden Veranstaltungen. Ich bin also Helmut Paschlau. Ich habe diese Veranstaltung und die Veranstaltung Serie organisiert mit den vielen, vielen Organisationen, die Sie da auf dem Bildschirm sehen. Insbesondere Hauptkooperationspartner ist der Münchner Ernährungsrat. Da erzähle ich nachher noch was zum Klimaherbst. Vielen Dank auch an euch alle für die Mitwirkung. Mein Job ist jetzt heute in Kürze und Transparenz durch die Sitzung zu leiten. Ganz schnell, was haben wir vor? Nach meiner Begrüßung wird der Referent 50 Minuten oder sowas vortragen. Dann machen wir eine Diskussion mit Ihnen. Wenn Sie sich zu Wort melden kommen, kommen Sie her. Sie müssen sich nicht zeigen, nur ein bisschen näher ans Mikrofon. Und Sie am Bildschirm schreiben Sie doch freundlicherweise Anmerkungen und Fragen in den Chat. Ich greife die nachher auf und stelle Sie dem Herrn Dürnberger als Frage. Das ist eine ganz lebhafte Diskussion. Heute also Veranstaltung im Rahmen des diesjährigen Klimaherbst Ernährung. Für die Außenstehenden, was ist Klimaherbst? Wir haben in München eine Organisation, eine Dachorganisation, die nennt sich Klimaherbst e.V. Da sind, ich weiß nicht, 40 Organisationen Mitglied. Und wir machen immer einmal im Jahr, im Herbst, im Oktober, einen Schwerpunkt zum Thema Klima. Vor zwei Jahren hatten wir Mobilität, vor drei Jahren hatten wir Energieversorgung, diesmal eben Ernährung. Letztes Jahr ist leider ausgefallen. Und der Titel, der diesjährigen Schwerpunkt Ernährung lautet just, schmeckt's, Klima geht durch den Magen. Naja, meine sarkastische Bemerkung, schauen wir mal, ob es wirklich immer schmeckt. Aber Sie und auch Sie hier können gerne zum Beispiel in diese Broschüre reinschauen oder auch unter www.klimaherbst.de. Da finden Sie schlappe 120 Veranstaltungen in sechs Wochen. Das ist schon sehr bemerkenswert. Wir hier, PTP, also Protect the Planet und die anderen, sind mit zehn Ernährungsvorträgen dabei. Bewusst die ganze Bandbreite, alles mit Klima, Boden und Trinkwasser als Grundlagen des Lebens. Wie viel CO2 steckt eigentlich in meinem Essen? Was ist nachhaltig essen und warum essen wir was wir essen? Nicht zufällig so. Umfeldschäden durch die heutige Art der Landwirtschaft. Was kostet ein Kilo Rindfleisch denn wirklich, wenn ich die Umweltkosten auch noch hineinrechnen würde? Oder eben heute neue Ethik für die Landwirtschaft. Jetzt schon Ausblick, politische Podiumsdiskussion mit den Fraktionen im Rathaus, auch zum Schwerpunkt Klimaernährung. Also, heute reden wir über Ethik. Ich will Ihnen ja nicht den Vortrag schon vorwegnehmen. Neue Ethik in der Landwirtschaft, nochmalige Warnung. Ich habe es bewusst in die Einladung reingeschrieben. Wer jetzt hören will, allein vegan ist ethisch, allein vegetarisch ist klimaneutral oder irgend so was. Jetzt, solche Definitionen werden wir heute nicht bekommen. Schon weil es unzutreffend ist, aber auch weil es sicherlich ethisch nicht zu vertreten wäre. Wir wollen ein bisschen tiefer nachdenken, kritisches Nachdenken unter Ungewissheit. So haben wir das mal benannt. Denn an die Landwirtschaft werden berechtigt oder nicht ganz unterschiedliche Anforderungen gestellt. Von möglichst billig, möglichst viel Lebensmittel erzeugen für alle. Bis gesamtgesellschaftliche Leistungen für Umwelt und Klima. Alles schnell gefordert. Aber nicht alles wird gesellschaftlich gezahlt. Da müssen wir uns ehrlicher machen. Wie geht man mit solchen gesellschaftlichen Konflikten, mit solchen Wertekonflikten, auch im Thema Landwirtschaft um? Das ist die heutige Kernfrage. Und auf die einzugehen, habe ich Herrn Dürnberger gebeten, zu uns zu kommen. Ich darf Ihnen also Herrn Dr. Christian Dürnberger vorstellen. Den werden Sie gleich live am Bildschirm sehen. Danke, dass Sie sich dieser anspruchsvollen Aufgabe heute stellen wollen. Also, Herr Christian Dürnberger ist Doktor der Philosophie und Magister der Kommunikationswissenschaften. Er arbeitet derzeit als Philosoph am Messerli-Forschungsinstitut an der Veterinärmedizinischen Uni in Wien. Dort in der Abteilung Ethik der Mensch-Tier-Beziehung. Früher war Herr Dürnberger an der LMU und dann auch an der Hochschule für Physik, ja, für Physik, Hochschule für Philosophie in München. Leider haben wir uns da nicht getroffen, aber hätten wir uns treffen können. Ausnahmsverweise verweise ich mal auf ein Buch von ihm, Neuethik in der Landwirtschaft, deswegen, weil es wirklich super gut lesbar ist. Ganz toll, dass Sie gekommen sind, Herr Dürnberger. Herzlich willkommen, treten Sie näher. Toll, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute hier live auftreten. Bitteschön, wir haben das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank für die freundliche Anmoderation, für die Möglichkeit, hier heute vor Ihnen sprechen zu dürfen, sowohl online wie auch hier im Raum. Also Sie haben es gehört, mein Name ist Christian Dürnberger, ich habe Philosophie studiert. Manchmal sage ich dann, vielleicht verstehen wir uns trotzdem, weil für manche Menschen, die nicht Philosophie studiert haben, glaube ich zu wissen, wie Philosophen wirken. Ich bezeichne mich selber nicht als Philosoph, aber es sind die, die auf die einfachen Fragen komplizierte Antworten geben. Manchmal so kompliziert, dass die Leute sagen, wenn das deine Antwort ist, hätte ich gerne mal eine Frage zurück. Ich habe mich bemühen, keinen fachphilosophischen Vortrag für Sie zu halten, sondern allgemein verständlich zu Ihnen zu sprechen, zu dem Thema, das Sie jetzt hier sehen, neue Ethik für die Landwirtschaft. Es wird gewissermaßen eine kurze Tour de force durch die Themen Landwirtschaft und Gesellschaft, ohne dass ich starke normative Antworten gebe. Das ist das, was Herr Paschler schon anmoderierend gemeint hat. Ich verstehe mich nicht als normativer Ethiker. Er sagt, das ist ganz richtig, das ist ganz falsch. Ich bin eher, damit man ungefähr weiß, aus welcher Ecke ich komme, aus der deskriptiven Ethik. Die spielt auch eine große Rolle in der Philosophiegeschichte, wo man versucht, moralische Positionen besser zu verstehen, moralische Kontroversen zu beschreiben. Das vielleicht nur als Warnung gewissermaßen. Aber wir können in der Diskussion auch gern normativ werden. Gut, neue Ethik für die Landwirtschaft. Warum diskutieren wir überhaupt über Landwirtschaft? Landwirtschaft, so emotional, so kontrovers. Ich würde sagen, Landwirtschaft ist umstritten. Und zwar so umstritten, wie in der Geschichte noch nie wahrscheinlich. Woran merken wir das? Wir merken das daran, dass es regelmäßig landwirtschaftliche Themen auf die Titelseiten schaffen. Und Sie wissen es, auf der Titelseite zu sein ist meistens eher ein Skandal als Idyll. Schweinesystem, wie uns die Fleischindustrie krank macht, wo die Landwirtschaft die Umwelt bedroht, die Rache aus dem Stahl. Das sind gängige Titelseiten, die uns Bürgern über die Landwirtschaft auf den Titelseiten der Zeitungen vermittelt werden. Landwirtschaft ist umstritten. Woran merken wir das noch? Wo neue Ställe geplant werden? Was passiert dort? Die Leute sind ganz euphorisch, sagen endlich noch mehr Ernährungssicherheit. Nicht ganz. Dort organisiert sich Protest. Wutbürger gegen Schweinestahl. Und das Beispiel Schweinestahl ist von mir hier absichtlich gewählt. Denn wenn wir darauf achten, welche Akzeptanzwerte die unterschiedlichen Nutztier-Sparten in der deutschen Gesellschaft haben, kann man relativ genau sagen, oder ich kann es auch in den Raum fragen, welches Bild aus der Nutztierhaltung müssen wir Deutschen zeigen, damit sie sagen, ja, so möchte ich meine Nutztierhaltung, so möchte ich meine Landwirtschaft. Möchte jemand raten? Es ist ein Kuh. Die Kühe auf der Weite. Ganz genau. Kuh auf der Weite. Da sind wir bei 96, 98 Prozent Zustimmungsrate. Was ist die Nutztier-Sparte mit der geringsten Zustimmung? Schweineproduktion. Allein das Wort, glaube ich, klingt für viele Menschen schon hart. Gegenwärtig. Woran merken wir noch, dass die Landwirtschaft umstritten ist? Na, viele Konflikte sind auch regional. Auch das sind Konflikte, die neu sind, die wir ernst nehmen müssen als Gesellschaft. Wenn ihr Großvater, ihre Großmutter zum Beispiel Bauern waren, dann kannten sie diese Konflikte in dieser Art nicht. Was meine ich damit? Lärm, Staub, Geruch, Menschen auf dem Land, stinkt die Landwirtschaft immer mehr, Fliegenflage etc. Auch das sind neue Konflikte rund um Landwirtschaft. Und schließlich natürlich die große tierethische Frage. Sie kennen wahrscheinlich alle Richard David Brecht, vor allem hier in Deutschland. Ein Philosoph, der auch medial sehr erfolgreich ist. Der hat im Buch geschrieben, Tiere denken. Da kommt er auf den letzten Seiten unter anderem auf diese These, dass er sagt, natürlich gibt es in einem Land wie Deutschland in einigen Jahrzehnten noch Schlachthöfe. Drei oder vier. Als Gedenkstätten. Und da werden wir den Kindern dann zeigen, welche Grausamkeit wir den Tieren über viele, viele Jahrhunderte angetan haben. Also wir sehen an diesem Beispiel, da ist Pfeffer drin. Da prallen unterschiedliche moralische Überzeugungen aufeinander. Und wenn man jetzt behaupten würde oder glauben würde, ah, die Nutzderhaltung ist moralisch umstritten, da müssen doch die Ackerbauern Rückenwind spüren, dem ist natürlich nicht so. Denken wir, schauen wir auf die Ackerbauern, denken Sie an grüne Gentechnik, denken Sie an Genome Editing, denken Sie an Pflanzenschutz, Glyphosat, Totgespritzt, das Krebs-Rundum-Paket. Das heißt, diese Umstrittenheit betrifft nicht nur die Nutzderhaltung. Es stellt sich also der Eindruck ein, das ist eine Front. Das sind wir, die Nicht-Bauern gewissermaßen. Und das sind die Bauern und Bäuerinnen. Landwirtschaft gegen Gesellschaft. Und wie gehen die Bauern damit um? Na ja, manche mit galgenen Humor. Ich habe das zum Beispiel mal auf Twitter gefunden. Landwirtschaft substantiv, die Kunst Geld zu verlieren, während man 400 Stunden pro Monat arbeitet, um Menschen zu ernähren, die denken, dass man sie vergiften will. Und ich finde diesen Umgang übrigens mit galgenen Humor ist nicht der schlechteste Umgang. Es ist mir lieber, als wenn sich Leute radikalisieren. Und auch das erleben wir in der Landwirtschaft, meiner Meinung nach in einem bedenklichen Ausmaß. In Deutschland hat es weniger als in anderen Ländern, aber nichtsdestotrotz Radikalisierungstendenzen politischer Natur. Gut, das könnten wir jetzt diskutieren im Chat oder könnten es auch hier diskutieren, aber ich rede jetzt absichtlich ein bisschen langsam, weil ich gern hätte, dass Sie sich selbstständig über diese Frage, die Sie jetzt hier sehen, Gedanken machen. Ich habe jetzt gesagt, wir diskutieren anders über Landwirtschaft als früher und ich würde mal sagen, wir diskutieren kritisch über Landwirtschaft als früher. Also aus Zeiten meiner Uroma zum Beispiel. Warum ist das so? Ich bin jetzt mal kurz und ein paar Sekunden leise. Und jetzt haben Sie wahrscheinlich schon ein, zwei Gedanken in Ihrem Kopf und der erste Gedanke wird sein, behaupte ich mal, wir sind satt. Wir sind tatsächlich satt. Hunger kennen wir nur aus Märchengeschichten. Die allermeisten Menschen in unserer Gesellschaft. Und wenn wir satt sind, dann ist das gewissermaßen ein Game-Changing-Moment, würden die Amerikaner sagen. Wo Menschen satt sind, bekommen sie Hunger auf andere Werte. Und dann erleben wir in Berlin jedes Jahr diese Demonstrationen, wo die Bauern demonstrieren, also viele Bauern zumindest. Und auf der anderen Seite Kritiker der gegenwärtigen Landwirtschaft. Die Kritiker haben den großartigen Slogan ins Leben gerufen, wir haben es satt. Und die Bauern haben den auch großartigen Slogan ins Leben gerufen, ihr seid zu satt. Hashtag Wohlstandsgesellschaft. Also das ist ein Bild von einer Bäuerin, die auf dieser Demo war. Ich bin der Meinung, also ich störe mich ein bisschen an diesem Hashtag Wohlstandsgesellschaft. Wir können natürlich die Frage stellen, ja ist das nicht Zeichen einer dekadenten Wohlstandsgesellschaft, so klingt das ja, das klingt wie ein Vorwurf, oder? Dass wir jetzt über Umwelt, Klima und Tierschutz unsere Gedanken machen. Also ist das Anzeichen einer Wohlstandsdebatte. Und ich würde sagen, ja aber, also ja aber im guten geisteswissenschaftlichen Sinne, dass wir keine Fragen richtig beantworten können. Ja, denn wir brauchen einen gewissen Wohlstand, um uns über Dinge wie Klima und Tierschutz und Umwelt Gedanken zu machen. Das ist Fakt, würde ich behaupten. Wenn da draußen eine Hungersnot nach der anderen über den Kontinent schwappt, dann werden wir uns nicht darüber unterhalten, wie viel Quadratmeter braucht ein Schwein im Stall. Wir werden dringendere Probleme haben. Deswegen Wohlstandsdebatte. Jetzt aber das Aber. Schauen Sie aus dem Fenster. Sehen Sie da draußen Mangel? Sehen Sie da draußen eine Hungersnot? Nein. Sie sehen diesen Wohlstand. Und wo wir diesen Wohlstand erreicht haben, dort können wir nicht nur über diese Fragen nachdenken, dort müssen wir es tun. Deswegen tue ich mir schwer mit diesem Wohlstandsgesellschaft, weil es klingt so nach First World Problems. Dekadent müssen wir eh nicht machen. Also ja, es braucht einen Wohlstand, um diese Fragen zu diskutieren, aber wir haben diesen Wohlstand und dann müssen wir es angehen. Gut. Zurück zur Frage, warum diskutieren wir anders über Landwirtschaft als früher? Wir haben neue Probleme. Und wo neue Probleme auftauchen in der Gesellschaft, da kommt es zu neuen Wertvorstellungen. Wieder. Ich beziehe mich auf meine Opa als Beispiel. Meinem Opa war Klimaschutz nicht wichtig. Warum? Er kannte die Klimakrise nicht, wie ich sie kenne. Kurz gesagt. Drittens. Wir erleben eine gesellschaftliche Entfremdung. Landwirtschaft ist für die meisten Menschen unsichtbar. Sie haben keinen unmittelbaren Kontakt mehr. Und wichtig, damit meine ich jetzt nicht so vegan gegen nutzte Haltung oder sowas, sondern das betrifft ja die Ackerbauern genauso. Landwirtschaft ist für die meisten Menschen unsichtbar und sie verbinden damit nicht mal mehr irgendwie nostalgische Kindheitserfahrungen. Vor ein paar Jahren noch, wenn jemand gesagt hat, ein Kind, am Wochenende fahre ich zur Oma, dann war das vor ein paar Jahrzehnten noch der Ausflug zum Hof. In den allermeisten Fällen. Das heißt, wir haben zum ersten Mal eine Generation, die in der Regel keinen Kontakt zur Landwirtschaft hat. Damit fehlt es an Wissen. Und damit ist auch ein bisschen eine Entfremdung. Das, was ich nicht kenne, beäuge ich ein bisschen skeptischer. Nicht nur die Gesellschaft ist eine andere geworden, auch die Landwirtschaft. Also wir haben weniger Betriebe. Wir haben größere Betriebe. Wir haben mehr Tiere am Betrieb. Wir haben ganz andere Techniken. Zum Beispiel, wir könnten grünige In-Technik einsetzen. Technisierungsgrad in der nutzte Haltung etc. Und schließlich natürlich ein wichtiger Punkt. Wir können gar nicht mehr Landwirtschaft so betreiben wie vor 100 Jahren, weil wir wissen so viel mehr. Nicht nur über Tiere, auch über Boden, über Umweltzusammenhänge. Aber mein Beispiel mit den Tieren ist ein Beispiel, dass das sehr anschaulich ist. Da gab es eine Studie. Norden von Deutschland, die haben sich angeschaut, lernen Schweine auf ihren Namen zu hören. Was macht man? Ich erzähle jetzt ein bisschen, was vielleicht interessant ist. Man sperrt 40 Schweine in einen schönen Stall ein. Jede Schwein hat einen Chip. Und dann gibt es eine Stelle an diesem Stall, einen Futtertrog gewissermaßen. Da gibt es ein ganz spezielles Futter, was die Tiere total großartig finden. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Tierarzt, aber das finden es total geil. Wir geben jetzt jedem dieser Schweine einen Namen. Zum Beispiel Schwein 17 heißt Beate. Dann, wenn wir für das Schwein Beate den Futtertrog freischalten, dann geht er nur auf, wenn der Chip von ihr ausgelesen wird. Für die 39 anderen Schweine bleibt er zu. Wissen Sie, was ich meine? Das ist die Versuchsanordnung und der Rest ist ziemlich weit schon einfach. Wenn wir über die Lautsprecher machen, Beate, 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 das machen wir so lange und in der Zeit ist der Chip frei, also ist der Futtertrog freigeschalten für Schwein Nummer 17. Langer Rede, kurzer Sinn. 40 Schweine. 39 haben gelernt, auf diesen Namen zu hören. Da gibt es beeindruckende Videos. Sie sehen einen Stall, Schweine tun, was Schweine tun. Dann sagt der Lautsprecher, Beate, ein Schwein hebt den Kopf. 39 Schweine tun gar nichts. Und Beate läuft, weil sie weiß, Beate, das könnte ich sein, also das bin ich. Okay, genau, das 40. Schwein war taub. Das wusste man aber zum Versuchsbeginn noch nicht. Hat sich erst rausgestellt. Okay, was soll diese Anekdote? Anekdote, wissenschaftliche Studie, die sehr interessant ist, das zeigt uns, Schweine sind klüger, als wir vor 100 Jahren dachten. Das heißt, wir können gar nicht mehr mit diesen Tieren so umgehen, wie vielleicht vor 100 Jahren noch moralischer Konsens war. Gut. Ja, jetzt habe ich bislang eigentlich so den Eindruck vermittelt, Landwirtschaft gegen Gesellschaft. Da ist eine Front. Aber das ist natürlich nicht so. Das ist nur eine Seite der Medaille. Denn es gibt natürlich auch Wertschätzung für die Landwirtschaft. Wo? Na zum einen, wenn wir zum Beispiel Deutsche fragen, was sind eigentlich die wichtigsten Berufe in unserer Gesellschaft, dann sagen die, in der Regel immer das Gleiche, Arzt, wahrscheinlich jetzt nach Corona noch weiterfahren, dann kommt Lehrer, dann kommt der Bauer und die Bäuerin. Wo ist noch Wertschätzung zu spüren? Naja, im Supermarkt. Das heißt, lesen Sie sich mal einen Artikel über Landwirtschaft durch, in der Süddeutschen, im Standard, ich weiß nicht, was Sie noch lesen, FATS, und schauen Sie sich die Kommentarschlachten an in den Online-Zeitungen. Da wird diskutiert, kritisiert sich, moralisch empört. Aber am Ende des Tages kaufen die allermeisten Menschen, da steht landwirtschaftliche Produkte, ja natürlich, irgendwas müssen Sie essen, aber auch die tierischen. Also auch die umstrittenen Produkte, so wie umstritten Fleisch oder Milch als Beispiel. Das heißt, wir müssen allem Anschein nach Hardcore unterscheiden, wie die Diskursebene stattfindet und was Menschen tun. Oder noch polemischer zusammengefasst, wenn ich mir die Medien anschaue, könnte ich denken, in einem Land wie Deutschland leben 50% vegan. Und es sind dann tatsächlich nur ganz, ganz wenige. Und das müssen wir einfach immer mitdenken. Oder ich spitze das ein bisschen noch polemisch dazu. Vielleicht gibt es weniger vegan lebende Menschen, als man denkt, mit einem Bild aus den USA. Hurricane Harvey. Was machen die Menschen beim Hurricane? Hamsterkäufe. Und aus dieser Zeit stammt ein Bild, darunter steht, even in disaster, no one wants the vegan food. Also nicht mal während der Katastrophe kaufen die Menschen veganes Essen. Sie sehen, links ist alles leer gekauft, rechts ist alles leer gekauft und ich sage es diplomatisch, das vegane Sortiment ist sehr stabil im Regal. Allerdings, Fußnote, das sind vegane Produkte der ersten Generation. Ich spitze das jetzt zu, die haben geschmacklich ganz wenige Menschen überzeugt. Vegane Produkte der zweiten Generation, wir können gerne darüber diskutieren, wählen deswegen bewusst einen anderen Ansatz und versuchen nicht so sehr über die moralische Überzeugungsarbeit zu kommen, das nur als Add-on, sondern zu sagen, Leute, wir schmecken genauso geil und haben die Moral auf unserer Seite. Wissen Sie, was ich meine? Und das könnte natürlich besser funktionieren als das, was geschmacklich einfach wenig Menschen überzeugt hat. Sie können das gerne anders sehen, aber die Zahlen der letzten Jahrzehnte waren jetzt nicht so beeindruckend. Gut, wenn die Landwirtschaft umstritten ist, die nächste Frage ist simpel, ja was wollen denn die Menschen von der Landwirtschaft? Und Sie sehen, das sind so ungefähr die Erwartungshaltungen, das ist eine sogenannte Eurobarometer-Umfrage, die ist deswegen spannend, weil da werden 30.000, 40.000 Menschen befragt. Nicht 500 oder so, die übliche Befragung in der Tageszeitung. Es geht um sichere, gesunde Nahrungsmittel, es geht um Tierwohl, der Wert geht durch die Decke, Platz 2, da war ich bei der letzten Eurobarometer-Umfrage, Platz 5. Es geht um Umwelt- und Klimaschutz und zum Beispiel auch um Arbeitsplätze und wirtschaftliches Wachstum. Das ungefähr erwarten sich die Menschen von der Landwirtschaft. Was zeigen uns die Antworten? Na, sie zeigen eine Vielfalt. Wir erwarten scheinbar von der Landwirtschaft mittlerweile weit, weit mehr als bloß Nahrungsmittel bereitzustellen. Und über diese Vielfalt der Erwartungen können die Bauern und Bäuerinnen natürlich klagen. Meiner Meinung nach, das meine ich ernst, nicht zynisch. Die können sagen, was wollen denn die Leute noch alles von mir? Jetzt soll ich denen nicht nur unbedenkliche Spitzenprodukte zu Spott preisen, das ist ja eigentlich das, was passiert, uns liefern, aber jetzt soll ich denen auch noch das Klima retten, während wir, der Großteil der Gesellschaft, gleichzeitig dreimal im Jahr nach Thailand fliegt. Also ich verstehe das, dass da ein gewisser Unmut auf Seiten der landwirtschaftlichen Seite ist, aber diese Vielfalt der Erwartungen, das muss man auch der Landwirtschaft sagen, die gibt es nur aus einem Grund. Weil Landwirtschaft erfolgreich war und erfolgreich ist. Wäre unsere Landwirtschaft nicht erfolgreich, hätten wir keine vielfältige Erwartungshaltung. An sie, da würden wir von ihr verlangen, Essen, Essen und Essen. Was zeigt sich noch? Naja, die Wertvorstellungen, die der Gesellschaft grundsätzlich wichtig werden oder geworden sind, nämlich Klimaschutz, Umweltschutz, Tierschutz, die werden natürlich auch von der Landwirtschaft eingefordert und das ist ja auch richtig so. Eingefordert immer mit der Schwierigkeit, dass große Teile der Gesellschaft nicht verstehen, dass wir da auch einen wesentlichen Beitrag leisten müssen. Gut, ganz kurz vielleicht, Umweltschutz stellt natürlich die große Frage, wie dürfen wir mit Natur umgehen? Und mit Natur meine ich eigentlich nicht so sehr den Planeten, weil der Planet, der wird uns überdauern, der hat keine Probleme, wenn wir nicht mehr da sind. Wir meinen mit Natur ja eine lebensfreundliche Umgebung für uns Menschen und auch für Tiere vielleicht. Und da hat sich in den letzten Jahrtausenden, ja in den letzten Jahrzehnten, im Unterschied zu den letzten Jahrtausenden etwas Fundamentales ereignet. Über viele, viele Jahrtausende in der Ideengeschichte ist die Natur etwas, das den Menschen bedroht. Sie können sich die Naturvorstellungen von der Antike bis ins Mittelalter, Renaissance anschauen. Da ist die Natur etwas, das muss der Mensch bekämpfen und in Fesseln legen. Finden Sie ganz martialische Metaphern. Während dann im 20. Jahrhundert der Spiss sich gewissermaßen umdreht, dass wir heute mehr und mehr Natur als etwas wahrnehmen, das wir bewahren müssen, das auf dem Spiel steht. Warum? Vor welchem Hintergrund? Nicht zuletzt, vor diesem hier, das heißt, die Weltbevölkerung nimmt zu und wird dies wahrscheinlich noch bis 2050 tun. Bitte nageln Sie mich nicht darauf fest, sondern ich gebe hier nur die Studien wieder, die ich kenne, wo man sagt, 2050 wird der Peak vielleicht erreicht sein, äh, wird der Peak wahrscheinlich erreicht sein. Ich weiß nicht, ob Sie sich mitbekommen haben, letztes Jahr waren neue Zahlen aus China, die scheinbar irgendwie unter Verschluss gehalten werden sollten oder was weiß ich, die darauf hinweisen, dass das früher der Fall sein könnte. also vor 2050, weil China viel, viel weniger stark wächst oder abnimmt, als das alle Prognosen bislang gesehen haben. Okay, und diese Weltbevölkerung ist, deswegen sehen Sie hier einen Teller. Wir stellen uns nicht nur die Frage, wie wir die Milliarden ernähren sollen, sondern auch, welche Auswirkungen hat der Lebensstil auf den Planeten und wie gesagt, auf den Planeten meine ich zukünftige Generationen. Sprich, wir sind ein paar Milliarden und wir haben einen ressourcenintensiven Lebensstil. Wir diskutieren spätestens seit 1972, das wissen Sie hier alle, vor einem interessierten Publikum ist das Eulen nach Athen tragen, äh, Club of Rome, verbrauchen wir den Planeten und wir diskutieren natürlich über nicht intendierte Konsequenzen unseres Lebensstils. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, wenn wir über Klimaschutz und Umweltschutz reden, das sind nicht intendierte Konsequenzen. Niemand von uns sagt, ich möchte gern das Klima ruinieren. Niemand von uns sagt, weil in meiner Kindheit zum Beispiel hat es ganz viele Aufklärungsmaterialien und Serien gegeben für mehr Umweltschutz und so, da gab es immer die Bösen, die wollten die Erde ruinieren. Und ich glaube, dass das auch pädagogisch nicht sinnvoll ist. Wir müssen uns eingestehen, das sind wir alle. Wir wollen das nicht, das passiert uns, weil wir ein bisschen unachtsam sind mit unseren nicht intendierten Konsequenzen. In anderen Worten, wir diskutieren intensiv und emotional über unsere Ernährung und unseren Lebensstil und im Fokus sind dabei weniger Fragen des Geschmacks. Das ist ganz interessant. Hätten wir früher Menschen gefragt und gesagt, ist die Frage, was isst du oder wo fährst du auf Urlaub? Ist das eine moralische Frage oder nicht? Dann hätten wir gesagt, na, das ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Auf Urlaub fahre ich dorthin, was ich mir leisten kann und wo es mir gefällt, wo ich mir Erholung verspreche. Essen tue ich das, was mir schmeckt und was ich mir leisten kann. Und wir sind natürlich jetzt eine Generation, die sagen, ja, das ist schon eine Frage des persönlichen Geschmacks und der Präferenz, aber es ist eine moralische Frage, weil es so große moralische Relevanz hat. Gut. Und da taucht das Wort Ethik auf. Mit dem Wort Ethik möchte ich kurz auf die Urwahl der Moral eingehen. Also ich wiederhole nochmal, ich möchte hier keinen normativen Vortrag halten und ich gehe auch bewusst nicht darauf ein, zum Beispiel, man könnte jetzt dann mit theontologischer Ethik unterscheiden von konsequentialistischer Ethik und die Philosophen wollen dann oft zeigen, ja, wir haben auch Theorien und bei uns gibt es auch was, was man lernen kann. Diesen Vortrag, den ich jetzt für Sie halte, weiß nicht, vielleicht haben eh alle von Ihnen Philosophie studiert, nur der Hinweis, das ist jetzt nicht diese Art, die man an der Uni lernt. An der Uni, meiner Meinung nach, da lernt man Theorien und dann kann man fragen, was sagt Kant hier und dazu, aber wenn man über Ethik der Landwirtschaft oder Ethik des Essens diskutieren möchte, meiner Meinung nach, sollte man das große Ganze zum Thema machen und nicht an einzelnen Philosophen mit seiner Theorie rauspicken. Das nur dazu. Dennoch, wir haben in der Ethik gewissermaßen eine Urwahl. Wenn Sie vor einer Entscheidung stehen, dann können Sie ja sagen, hey, bei dieser Entscheidung, da geht es um meine Interessen, meine Interessen und nur meine Interessen. Diesen Standpunkt habe ich jetzt mal genannt, das wäre so etwas wie der Standpunkt des Egoismus. Kann man ja vertreten. Vielleicht kennen Sie auch jemanden, der das so lebt. Wahrscheinlich nicht der beste Nachbar. Oder man sagt, na grundsätzlich erkenne ich die Interessen anderer an. Das ist vielleicht der Standpunkt der Ethik oder auch Standpunkt des Altruismus. Wichtig, das bedeutet nicht, dass ich die Interessen anderer immer bevorzuge. Nicht, dass die immer wichtiger werden als meine eigenen. Aber ich sage, grundsätzlich geht es im Leben nicht nur um mich. Es geht auch um die anderen. Schwierigkeit. Wenn Sie jemanden kennen, der den linken Standpunkt einnimmt, es geht nur um meine Interessen, dann lässt sich der vernünftig fast nicht davon überzeugen, dass er auf die andere Seite wechselt. Wenn er in einer Gesellschaft lebt, wo die meisten auf der anderen Seite leben. Ethische Trittbrettfahrerei. Das macht strikt rational, wenn sie ein Arschloch sind, sage ich mal so, völlig Sinn. Deswegen gibt es dann auch Philosophen, die sagen, also schlimm ist es natürlich in einer Gesellschaft zu leben, in der alle egoistisch sind. Und dann macht die Etablierung von Recht, politischen Regularien und auch sowas wie Moral extremen Sinn, weil sonst kann ich mich niemals, muss ich immer fürchten, dass ich plötzlich ein Messer im Rücken habe. Spannend ist für uns hier die Formulierung, die Interessen anderer. Weil wer sind diese anderen? Und über viele Jahrtausende war in der Philosophiegeschichte die Antwort völlig klar. In der Ethik geht es um das Nachdenken, was darf ich mit meinen Mitmenschen tun und was nicht. Darf ich jemanden anlügen? Darf ich jemanden töten? Was macht es aus, ein tugendhafter Mensch zu sein in unserer Gemeinschaft? Da ging es immer um den Mitmenschen. Und das ändert sich natürlich im 20. 21. Jahrhundert, indem wir nämlich die Frage stellen, wer ist eigentlich dieser andere? Wer ist Mitglied der moralischen Gemeinschaft? So sagt man dann in der Philosophie. Oder auch, wer hat moralischen Status? Wer muss in unserer Moral, in unserer Ethik, moralisch berücksichtigt werden? Das war früher der Mitmensch und plötzlich denkt man nach und sagt, ist der Kreis nicht zu wenig? Und Sie wissen natürlich eine Antwort zu sagen, da zählen Tiere nicht auch dazu. Oder natürlich, zukünftig lebende Generationen. Und das sind wir vor allem in der Klimadebatte. Das würde ich sagen, ist das Neue in der Klimadebatte ethisch betrachtet, dass man sagt, wir haben eine Verantwortung für zukünftig lebende Generationen. Also schon als Fokus Mensch, aber für Menschen, die noch nicht auf der Welt sind. Das ist ein Gedanke, der kommt einem Sokrates nicht. Der kommt einem Aristoteles nicht. Nicht, weil die dumm sind, sondern weil sie in einer ganz anderen Geschichte, ganz anderem Setting aufwachsen, aufleben. Damit ist natürlich die Frage gestellt, wenn Ethik bedeutet, wir kümmern uns nicht nur um uns selber, sondern auch um andere. Und wenn wir uns auch um die zukünftig lebenden Generationen kümmern müssen, also wenn wir die moralisch berücksichtigen müssen, was schulden wir ihnen? Jetzt kann man lange darüber nachdenken. Was schulden wir zukünftig lebenden Generationen? Und ich fasse das mal ganz plump auf zwei Dinge zusammen. Dass sie leben. Sie brauchen zum Leben, zum Überleben, Umweltressourcen. Boden, Wasser, Luft, Artenvielfalt, Klima. Gemeint ist immer für Menschen freundliches Boden, Wasser, Luft, Artenvielfalt, Klima. Klima wird es immer geben. Aber es sollte halt so sein, dass Menschen damit leben. Also Menschen in diesem Setting leben können. Also sie sollen überleben können. Dazu brauchen sie sowas wie Natur, Umwelt. Und das ist nicht alles. Weil dann könnte ich sagen, das ist noch immer ein ziemlich sparsamer Umweltschutz und Klimaschutz. Schauen wir heute ein Mindestmaß. Aber ob da zum Beispiel viele Arten da sind oder halbwegs viele, ist ziemlich wurscht. Deswegen kommt das zweite Argument und das ist nicht das schwächste, auch wenn es ein bisschen soft klingt. Wir schützen Natur auch für zukünftige Generationen, weil Natur zu einem guten, gelingenden Leben dazugehört. Und je artenreicher das ist, desto schöner empfinden wir diese Natur meistens. Also denken Sie an einen Waldspaziergang. Wenn zukünftige Generationen keinen Waldspaziergang mehr haben, können sie trotzdem auf diesem Planeten leben. wahrscheinlich ist das möglich. Aber welche Rolle spielt ein Waldspaziergang in unser aller Leben, dann ist es oft ein Moment, wo die Leute sagen, da kann ich abschalten, da kann ich aufatmen, da danke ich Energie, da kann ich mal in Ruhe sein, da geht es mir danach besser. Dieses zweite Argument, das erste wäre das Basic Needs Argument, das zweite Argument sollte man nicht unterschätzen, weil man damit, finde ich, gut argumentieren kann, ganz, ganz blöd gesagt, dann heißt es immer, es gibt so viele tausend Käferarten, wenn da 500 wächst, dann ist es doch wurscht. Und das stimmt vielleicht für das Basic Needs Argument, vielleicht auch nicht. Aber beim zweiten Argument wird das ein bisschen brüchig, denn je artenreicher, je vielfältiger eine Natur ist, desto mehr staune ich darüber, desto mehr ästhetisches Wohlgefallen löst es in mir aus. Gut, das Ganze nennt man natürlich noch immer eine anthropozentrische Ethik, den Begriff kennen Sie wahrscheinlich, das ist eine Ethik, die auf den Anthropos, auf den Menschen fokussiert. Dieser Begriff wurde in den letzten Jahrzehnten immer mehr zum Schimpfwort, dass man sagt, das ist ja nur anthropozentrische Ethik, die geht es nur um den Menschen. Mir ist an dieser Stelle aber wichtig, dass wir darauf hinweisen, anthropozentrische Ethiken können im Klimaschutz extrem gute, valide, plausible, einleuchtende Beispiele liefern, warum wir das Klima schützen sollten. Da geht es um zukünftig lebende Generationen, das ist ein relativ neuer Gedanke, ist anthropozentrisch, aber sehr überzeugend. Gut, nochmal so gesagt, man kann natürlich sagen, wir schützen die Natur sowieso immer, weil wir brauchen sie ja, aber das wäre nur eine Regel der Klugheit. Wenn jemand sagt, ich nehme jetzt aus meinem Wald nur so viele Bäume raus, damit ich auch in drei Jahren noch damit Geld verdienen kann, da würde ich sagen, ja, das ist klug, das ist smart, mach das. Aber das wäre jetzt eine Regel der Klugheit. Das, was bei der ganzen Nachhaltigkeit und Klimadebatte dazukommt, ist, dass man sagt, es geht nicht nur um uns und es geht nicht nur um die eigenen Kinder, weil für die will man eh meistens sorgen, sondern auch zukünftige Menschen sollen auf diesem Planeten ein gutes Leben führen können. Und dieser Gedanke, zumindest in deutschsprachiger Sprache, findet sich ganz, ganz stark bei einem Mann, den Sie wahrscheinlich kennen, nämlich Hans Jonas. Oder? Wahrscheinlich haben alle hier Hans Jonas gelesen. Hans Jonas ist ein deutschsprachiger Philosoph, schreibt ein ganz wichtiges Buch, das heißt, das Prinzip Verantwortung, falls Sie noch Ihr philosophisches Hauptwerk vor sich haben, kann ich Sie beruhigen. Jonas ist sein ganzes Leben Philosophie-Professor, geht in Pension, ist natürlich irgendwie berühmt, aber jetzt wirklich keine Berühmtheit und dann schreibt er in der Pension ein Buch, das ihn weltberühmt macht, das Prinzip Verantwortung, das heißt, Sie haben immer noch Zeit, das zu schreiben. Was steht da drinnen? Er sagt, angesichts der Bevölkerungszahl und der modernen Technik braucht es eine neue Ethik, sowas wie, Liebe deinen Nächsten genügt nicht mehr, sondern Liebe deinen Fernsten. Da wir den Planeten derart zerstören können, dass zukünftige Leben nicht mehr lebenswerte Bedingungen hervorfindet, muss die neue Ethik im Besonderen zukünftige Generationen moralisch berücksichtigen. Das bedeutet, wir müssen nach ökologischen Auswirkungen unseres Handelns fragen. Und er hat dann auch so schöne Ratschläge, er sagt zum Beispiel Indubio Brumalo, also wenn Sie als Gesellschaft zweifelt, sollen wir das jetzt machen oder nicht, dann sagt er, stellt euch immer das Schlimmste vor. Geht vom Worst Case aus. Macht euch dieser Worst Case so Angst, dass ihr sagt, das könnt ihr nicht verantworten gegenüber zukünftigen Generationen, dann lasst die Finger davon. Deswegen Jonas' Gedanke, wo er eigentlich ein altes Sprichwort umdreht, wo er sagt, Angst ist ein guter Ratgeber. Mit der Schwierigkeit, das möchte ich gleich hinzu erwähnen, vielleicht würden wir keine Technik mehr durchlassen, wenn wir uns immer daran orientieren, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Gut, dieser Gedanke von Ernst Jonas schlägt sich natürlich dann, den gibt es auch bei anderen Philosophen, in der gesamten Nachhaltigkeitsdebatte nieder. Und ich bringe es nur ganz kurz, weil Nachhaltigkeit kann man verschieden definieren, aber diese Brundtland-Kommission Ende der 80er hat das einfach noch immer, finde ich, am besten auf den Punkt gebracht. Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Das bedeutet, auch wir haben Rechte auf ein gutes Leben, aber halt nicht auf Kosten. Anderer. Jetzt könnte man sagen, das ist aber extrem einleuchtend. Natürlich haben wir eine Verantwortung für zukünftig lebende Generationen, aber vielleicht trotzdem drei kurze Problemanzeigen. Wo liegt das Problem? Zum einen sollte man philosophisch nicht zu geschwind darüber hinweggehen, dass wir hier Verantwortung einnehmen für etwas, was nicht existiert. Das ist ein relativ neuer Gedanke. Es ist klar, dass ich jetzt eine Verantwortung habe. Ich tue ihnen nicht weh und sie tue mir nicht weh. Sie existieren. Sie sind Schmerzempfinden, sie haben Gefühle, sie haben Vernunft, sie haben Pläne im Leben. Aber wir reden hier über Entitäten, die noch nicht existieren. Das ist philosophiegeschichtlich gar nicht so easy, das zu argumentieren. Wir gestehen hier jemandem Recht dazu, gewissermaßen, der nicht da ist. Dann, oh Gott, ich habe an der Hochschule für Philosophie ein ganzes Seminar mal gehört von einem Professor zu dieser Frage. Ja, wir wissen eigentlich gar nicht, was die wünschen. Wir konservieren etwas, aber wir wissen ja gar nicht, vielleicht kalten wir denen einen Wald auf und die sagen 2000 Jahre später, was zur Hölle ist das. Henz ist doch weggemacht. Kann man aber meiner Meinung nach abkürzen, denn wir können hier nur plausibel argumentieren und sagen, wir glauben, dass ihr das braucht, also haben wir moralische Verantwortung, dass wir euch das hinterlassen. Wir können nicht schuld für etwas sein, was wir gar nicht kommen sehen. Und dann, gehen wir weg von der Ethik hin zur Psychologie, aber ich glaube, das größte Problem, Sie wissen es wahrscheinlich, ich habe, also wenn ich einem gegenüber, habe ich immer so etwas Empathie, also ich möchte niemandem weh tun und so, außer man ist völlig ein Soziopath, aber wir alle haben wahrscheinlich kein tief verwurzeltes, empathisches Gefühl, da würden auch die Evolutionsbiologen, glaube ich, dieser Aussage recht geben, für Menschen, die wir nie kennenlernen werden, für Menschen, die nicht mit uns verwandt sind, für Menschen, die in 400 Jahren leben, da geht die Empathie oft flöten. Klar, wenn ich darüber nachdenke, denke ich immer, na, hoffentlich geht es Ihnen gut, aber so im Alltag, es ist kein tief verwurzeltes Gefühl und Gefühle sind wahrscheinlich nicht die schlechteste, wenn es um Ethik geht, in diesen Dingen zumindest. Das nur nebenbei, ich habe zuvor Pathozentrismus erwähnt, Anthropozentrismus, wir können natürlich auch sagen, wir schützen das Klima für alle leidensfähigen Kreaturen, da wären auch die Tiere dabei, Pathozentrismus, oder auch für alles, was lebt. Das wäre der Standpunkt des Biozentrismus. Das heißt, auch da finden wir Argumente dafür. Da sehen Sie jetzt, ich weiß nicht, ob Sie das sehen, das soll mich daran erinnern, dieses Icon in der Mitte, dass die Nachhaltigkeitsdebatte ein kalter Kaffee ist, weil der Jonas hat das schon in den 70er, 80er Jahren klar gemacht. Früher, würde ich sagen, und das ist kein kalter Kaffee, da hat sich was verändert, früher war das amoralische Aufforderung, sei nachhaltig, in den 70er, 80ern. Ich glaube, mittlerweile merken wir einfach, dass die Klimakrise uns auch wirklich betrifft und dass wir auch aus ökonomischen Gründen, sogar Selbstinteresse, das aufnehmen sollten. Das heißt, es gibt einen leichten Shift, mache ich mal polemisch, die Zuspitzung, dass das nicht mehr nur eine Frage der Moral ist, sondern auch eine Frage des Egoismus. Und das erleben wir, das Nachhaltigkeitsthema in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Genau, vor diesem Hintergrund, das ist der Hintergrund, vor dem wir überhaupt Ethik und Landwirtschaft neu denken. Und Sie kennen das alle, und da gibt es viel klügere Menschen, die zum Beispiel die Auswirkungen von Fleisch auf Umwelt, auf Ökologie diskutieren. Nur, kurzer Hinweis, vorsichtig sein, da gibt es auch viele Studien, wo die Wissenschaftler, die sich wirklich auskennen, sagen, es ist Hanebüchener Schwachsinn. Sie kennen vielleicht manche Studien, die sagen, wie viel Wasserverbrauch da Rindfleisch und so und das ist danach von der wissenschaftlichen Community zerfetzt worden. Also, die Studie völliger Bullshit ist. Also, wir müssen da als Laien, glaube ich, ich weiß nicht, ob Sie Laien sind, ich bin es, immer auch vorsichtig sein. Aber grundsätzlich kann man sagen, hat wahrscheinlich Fleisch nicht die großartigste ökologische Auswirkung. Und warum diskutieren wir darüber? Nicht nur deswegen, also es gibt keinen Sonntagsbraten mehr in unserer Gesellschaft, oder? Sondern, Fleisch ist allgegenwärtig. Sie sehen hier einen 24 Stunden Fleischautomaten. Bei mir in der Salzburger Gegend. Fleisch ist, Salzburg wieder ein Beispiel, zwei heimische Produkte, eines Red Bull, das andere Fleisch. Aber Red Bull ist viel, viel teurer, wenn man es umrechnet. Aber vor allem auch deswegen. Da sind wir beim Fleischkonsum weltweit. So schaut die Karte aus, 61. Und so schaut die Karte aus, 2013. Und da sehen wir, wo die Reise hingeht. Und dann können wir doch wieder ein bisschen bekannt sein. Wenn man Kant jetzt ganz plump runterbricht, aber nicht falsch, würde man sagen, wenn ich für mich eine Ausnahme möchte, dann kann es sein, dass ich mich unmoralisch verhalte. Und es stellt sich natürlich die Frage, wir haben einen extrem hohen Ressourcenverbrauch und sehen schon, wenn alle so leben würden wie wir, dann wird sich das noch dramatisch verschlechtern. Und wenn man für sich eine Ausnahme möchte, aber die anderen sollen es nicht machen, so Kant, kategorischer Imperativ, ja ganz plump zusammengefasst, dann muss ich moralisch aufpassen. Provokant aber formuliert, würde ich Folgendes sagen, wenn Ethik, das strukturierte Nachdenken, über moralische Ungewissheiten ist, dann ist die Klimakrise für mich als Ethiker gar nicht mehr so interessant. Weil eigentlich alles dafür spricht, dass wir das Thema extrem ernst nehmen müssen. Das war vielleicht in den 70ern, Jonas, der muss dann noch Schwung holen und diskutieren und das müssen wir eigentlich nicht mehr. Ich glaube, wir sehen es, dass das natürlich ethisch relevant ist und dass alle Zeichen dafür sind, hey, machen wir was. Das heißt aber nicht, dass natürlich überhaupt keine relevanten Fragen mehr da sind. Natürlich geht es zum Beispiel um die sozial faire Umsetzung. Ich glaube, das wird ein Riesenthema sein, dass die Klimakrisenumstellung nicht nur die Ärmsten der Armen wieder mal trifft. Oder auch natürlich, und dann sind wir Naturwissenschaft, wir leihen tendieren dazu, manchmal Klimasachen einzuschätzen, bio versus konventionell. Ich habe bis heute keine Studie gelesen, die mir schlüftiger klären kann, ist bio wirklich so viel besser, wenn es um Klima geht. Es gibt es tausend Studien und dergleichen. Da würde ich immer sagen, dass wir leihen, oder ich zumindest, müssen vorsichtig sein, müssen schauen, wie wir es bei der Corona-Krise machen. Was sagen die Experten und Expertinnen? Und nicht schnell mit einem Urteil zur Hand sein. Und natürlich auch, was machen wir mit Klimazielen, die mit anderen Zielen, die wir vielleicht vertreten, in manchen ökologischen Debatten konfligieren. Was machen wir, wenn Atomkraft sich herausstellt, als extrem klimafreundliche Alternative, natürlich mit dem Riesenproblem mit Blick auf Umweltschutz. So, dann haben wir eigentlich einen kleinen Konflikt, der nicht so schnell aus der Welt zu schaffen ist. Vor allem aber natürlich geht es um die Frage, das ist keine ethische, oder eine Tugendethische, würde ich sagen, wie kommen wir individuell und gesellschaftlich ins Tun. Das heißt, mit Blick auf Klima, wissen wir ziemlich genau, was ist moralisch richtig. Wir müssen es ernst nehmen. Wir sollten eher gestern anfangen als heute. Aber es gelingt uns, gesellschaftlich nicht ins Tun zu kommen. Sie kennen das Bild wahrscheinlich, oder? Klimakrise fühlt sich manchmal so ein bisschen an. Da hinten brennt es Lichterloh, und da vorne spielen Menschen Golf. Und dann möchte ich noch mal kurz auf Hans Jonas eingehen, weil Jonas sagt etwas sehr Kluges am Ende seines Buches. Ein Gedanke, der in den 70er, 80er Jahren vielleicht gar nicht so ernst genommen worden ist, wo er sagt, er ist sich gar nicht so sicher, ob Demokratien dringende ökologische Probleme richtig gut lösen können, weil wir so behäbig sind. Ja? Wir alle. Das ist nicht, weil wir gerade eine schlechte Partei waren. Also wir tendieren zur Behäbigkeit in der Demokratie, aber, nicht falsch verstehen, Demokratien sind natürlich das Beste, was wir entwickelt haben. Und dann kommt Jonas auf diese Diskussion, der vielleicht braucht seine Öko-Diktatur. Nicht, dass er das gut findet, oder schlecht, das geht aus seinem Text meiner Meinung nach nicht davor. Aber er sagt, es kann passieren, dass der ökologische Druck so groß wird, dass wir irgendwann die Demokratie über Bord schmeißen und sagen, jetzt brauchen wir härtere Maßnahmen. Und als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, naja, das klingt schon ein bisschen weltfremd. Und eigentlich nicht. Also wenn man sich manche Tendenzen anschaut in unserer Debatte. Gut. Ich habe noch ein paar Minuten, zehn glaube ich, und da würde ich noch gern mit Ihnen, ich habe es hier angekündigt, dass das eine Tour de force wird, über Tierwohl reden. Und dann überspringe ich auch 400 Slides und wir diskutieren. Aber über Tierwohl würde ich gerne noch, weil es tierethisch, also jetzt habe ich klimaethisch, jetzt möchte ich noch einen zweiten kurzen Teil tierethisch machen und dann diskutieren wir. Was zeigt sich bei der Tierwohl-Debatte? Die Ansprüche von uns steigen. Was früher genügt ist, heute vielen zu wenig. Und damit sind wir bei der Tierethik. Die Tierethik, das ist eigentlich spannender, finde ich, weil bei der Klimaethik ist ziemlich klar, was die Antwort ist. Bei der Tierethik ist es vielen Menschen nicht so klar. Welchen moralischen Umgang schulden wir einem Tier? Darf ich mit einem Tier alles machen, was ich will? Oder gibt es da eine Grenze? Und wenn es eine Grenze ist, warum ist die da, wo sie ist? Was ist die Begründung? Das ist ja die Frage der Ethik. Warum? Warum, warum? So, jetzt können Sie für sich kurz überlegen. Ich stelle Ihnen jetzt vier Thesen vor. Wir könnten sagen, ein Tier ist ein Ding. Das ist ein Gegenstand. Wie dieses Glas hier. Wenn dieses Glas mir gehört, kann ich mit dem Glas machen, was ich will. Ich kann es auch am Boden fallen lassen, bei mir zu Hause. Das ist mein Glas. Und wenn Sie dann sagen, hey Christian, das ist unmoralisch, würde ich sagen, na, unmoralisch ist das nicht. Das ist mein Glas. Wenn das Tier dann mir gehört, dann kann ich mit dem Tier machen, was ich möchte. Die meisten von Ihnen werden jetzt wahrscheinlich sagen, da geht mein moralisches Bauchgefühl nicht mit. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Aber nicht vergessen, also die glücksten Köpfe Ihrer Zeit haben so etwas Ähnliches behauptet. Sie sehen hier René Descartes und der beschreibt, Tiere fühlen keinen Schmerz. Sie sind so etwas Ähnliches wie Maschinen. Das ist seine Behauptung. Er schreibt wörtlich, ihre Schmerzensschreie bedeuten nicht mehr als das Quietschen eines Rades. Das heißt, wenn ich ein Schwein drehte, dann quietscht das zwar, sagt er, aber das ist wie wenn ein Zahnrad nicht gut genug geölt ist. Tiere sind Dinge. Jetzt kommt jemand daher, wie Jeremy Bentham, da kennen Sie wahrscheinlich englischer Philosoph, der schreibt ein Buch, da geht es eigentlich um ganz was anderes und dann macht er eine Fußnote und diese Fußnote begründet den modernen Tierschutz. Das muss Ihnen erstmal gelingen, wenn Sie ein Buch schreiben und mit einer Fußnote etwas auf den Weg bringen. Er schreibt es nicht so simpel wie hier, aber trotzdem fasst er das schön zusammen. Er sagt, Tiere fühlen durchaus Schmerz. Die tun nicht so. Und dann sagt er etwas, jedes Wesen, das Schmerz fühlen kann, will Schmerz vermeiden. Bentham, sehr schön, und sagt, wir haben ein viel zu kompliziertes Menschenbild. In Wirklichkeit ist das wahrtschen einfach. Wir können Lust empfinden, das wollen wir, wir können Schmerz empfinden, das wollen wir nicht. Und er sagt, bei Tieren ist das genauso. Wir haben zwei Könige und wir sind ihre Untertanen, sagt er. Also Lust und Schmerz. Deswegen, wir dürfen Tieren keine Schmerz bereiten. Alles andere ist unmoralisch. Er sagt da, bei der Schmerzzuführung gibt es keinen Unterschied. Tiere wollen keinen Schmerz empfinden, also dürfen wir das nicht. Bentham konterkariert da gewissermaßen unsere deutschsprachige Ethik. Denn wir hier haben natürlich mit Kant, sehr kluge Ethiker, nicht falsch verstehen. Auch Kant versucht tierethische Argumentationen durchzuspielen. Aber grundsätzlich natürlich ist bei Kant so, wer keine Vernunftfähigkeit aufweist, wer nicht Sprache hat, der spielt in der Moral nicht wirklich eine Rolle. Der ist eigentlich, der springt nicht über diese Hürde drüber. Und Bentham sagt, hey, ob jemand reden kann, ob jemand Vernunft hat, spielt für die Moral keine entscheidende Rolle. Es geht nur um eines, kann ein Wesen leiden. Wenn ein Wesen leiden kann, müssen wir ihm leider sparen. Damit sind wir bei der zweiten Position. Nämlich Tiere sind leidensfähige Kreaturen. Deswegen schauen wir, dass kein Leid empfinden. Dass sie zum Beispiel, wenn sie krank sind, machen wir sie gesund. Keine Tierquälerei. Gut. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, genügt das? Oder anders formuliert, wenn ich sie jetzt frage, haben sie ein gutes Leben? Und sie sagen sie mir, Thürnberger, ich habe keine akuten Schmerzen. Dann würde ich mir denken, ja, ist schön. Aber ob das ein gutes Leben wirklich ausmacht, gehört zu ihrem guten Leben nicht mehr und jetzt wird es kompliziert. Sie können auch mal Schmerzen haben und trotzdem ein gutes Leben. Vielleicht haben sie mal Zahnschmerzen gehabt, aber deswegen sagen sie doch nicht, mein Leben ist miserabel. Kommt davon, wie oft das ist. Das bedeutet, wir können die Frage stellen, was macht das gute Leben von einem Tier aus? Zum Beispiel, wissen wir wie zuvor, Schweine sind extrem klug. Leben die in einem Stall, wo alles total fad und monoton ist oder können sie die ein bisschen bewegen und erkunden? Treffen sie Artgenossen? Können sie ihr Sozialverhalten ausleben lassen? Sie sehen schon, da geht es nicht um Leid, da geht es nicht um Schmerzen, aber es gehört zum guten Leben wahrscheinlich dazu. Da gibt es dann Versuche in Amerika vor vielen Jahrzehnten schon, Animal Welfare zu definieren. Wie soll ein Tier gehalten werden? Sie sehen Freiheit Nummer 3 zum Beispiel, das Tier soll frei von Schmerzen, Verletzungen und Krankheiten sein. Aber Sie sehen auch Freiheit Nummer 5, das ist das Neue zum Beispiel, das Tier soll die weitgehende Freiheit zum Ausleben normaler Verhaltensmuster haben. Das sind Zieldimensionen, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, alles werden es nicht hinkriegen, wenn Sie Tiere halten oder auch wenn Sie Tiere nicht halten. Denken Sie an ein Wildtier, an einen Hasen in einem Wald. Der Hase in einem Wald hat Freiheit Nummer 5 vollständig realisiert. Der kann machen, was ein Hase im Wald macht. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Aber wenn der Fuchs kommt, hat er Angst, Stress, wann er gefressen wird, wann er verletzt wird, hat er Schmerzen, kommt keine Tierärztin. Bei einem Tier im Stall oder bei einem Heimtier gewissermaßen ist er andersrum. Das kann nicht Nummer 5 vollständig realisieren. Die Kuh im Stall kann nicht genau das tun, was ein Wildtier von einer Kuh machen wird. Das ist eine Lüge, wenn wir uns das erzählen. Aber zugleich haben wir natürlich die Hoffnung, dass die Kuh im Stall ganz, ganz selten Angst und Stress hat und dass bei Schmerzen die Tierärztin kommt. Gut. Und die vierte Position bin ich Ihnen noch schuldig und dann können Sie sich verorten mit der Diskussion, wenn Sie wollen. Wir können natürlich sagen, Tiere sind so etwas Ähnliches, nicht so etwas Ähnliches wie Personen, aber wir sollten ihn an einem personenähnlichen Status zu erkennen, weil sie Kompetenzen, Skills haben und vor allem, weil sie am Leben bleiben wollen. Es gibt kein Tier, das eigentlich freiwillig dem Tod entgegen geht. Deswegen ist jede Tierhaltung eigentlich unmoralisch. Jetzt können wir darüber diskutieren, da gibt es keine endgültige, kohärente Antwort, ob damit auch die Heimtierhaltung betroffen ist. Ich bin für alle Positionen offen. Wichtig ist natürlich, wenn das jemand vertritt, dann muss er eigentlich in seiner Ernährung auf tierische Produkte verzichten. Sie kennen wahrscheinlich Tom Reagan, Tierrechtsposition, der sagt, Tiere haben ein Recht auf Leben, auf Freiheit und auf körperliche Unversehrtheit, weil der Körper ihre Freiheit, ihr Leben ihnen selbst gehören und nicht uns. Also deswegen dürfen wir auch deren Leben nicht verwenden und nicht das Leben beenden. Abschaffung der Nutz der Haltung. Was wir hier sehen ist, drei Begrifflichkeiten, das eine nennen wir Tierschutz, leidensfähige Kreatur, das andere nennen wir Tierwohl, wenn wir fragen, was ist ein gutes Leben von einem Tier. Und die dritte Position nennen wir Tierrechte. Wenn wir sagen, Tiere müssen bestimmte Rechte zuerkannt werden, deswegen ist ihre Haltung per se unmoralisch. Und jetzt können Sie sich vor allem auch später in der Diskussion überlegen, in welcher Position Sie sich zuordnen würden. Ich würde mal sagen, was wir eindeutig sehen, deswegen sehen Sie ja den blauen Pfeil übrigens, was wir eindeutig sehen ist, dass wir gesellschaftlich mehr Tierwohl einfordern, dass Tierschutz immer mehr Menschen nicht genügt und natürlich, dass Tiere Dinge sind sowieso nicht. Das überspringe ich kurz. Darüber müssen wir noch kurz reden. Wenn wir Deutsche fragen, wenn du in der Supermarkt stehst, warum kaufst du dieses Fleisch und nicht ein anderes, dann sind das die Antworten von ihren deutschen Mitbürgern und Bürgerinnen. 18% sagen, sie blicken auch auf den Preis. Was sollen wir aus derartigen Umfragen lernen? Nichts, oder? Außer, dass wir nichts daraus lernen. Na, vielleicht zweierlei. Verbraucherantworten sind nicht Verbraucherverhalten, aber da muss man genau sagen, das sind nicht die Verbraucher da draußen, die moralisch schizophren sind, das sind Sie genauso. Das bin ich genauso. Wenn Sie anders leben, sorry, ich wollte Sie nicht beleidigen, aber ich möchte darauf hinweisen, dass die meisten von uns, ich gebe es für mich gerne, gerne, gerne zu, wir haben bestimmte Werte und leben nicht immer danach. Und ich finde, das ist auch okay. Aber solange man dann nicht mit dem moralischen Finger auf andere zeigt, dann sagt, hey, das musst du besser machen. Ethik würde für mich nicht bedeuten, auf andere zu zeigen, sondern ethische Selbstreflexion über sich selber nachdenken. Und natürlich, derartige Umfragen sind 2021 sinnlos, weil wir wissen, was die sozialerwünschte Antwort ist. Wir alle wissen, wenn wir jemanden fragen, hey, wie wichtig ist dir Klimaschutz, wie wichtig ist dir Tierwohl, bei der Ernährungsweise, dann wissen wir, dass die Menschen wissen, dass, wenn sie klug erscheinen wollen, wenn sie als besorgte Bürger erscheinen wollen, dass sie sagen, extrem, extrem wichtig. Das heißt, sie dürfen Bürger nicht zu plump fragen, sondern müssen sie gewissermaßen beobachten, zum Beispiel, oder uns einfach anschauen, was Leute kaufen. Und vor allem würde ich dazu tendieren, wenn wir zwei große, oder vielleicht sogar drei große, Problembereiche erkannt haben, nämlich mehr Umweltschutz, mehr Klimaschutz und bessere Tierstandards, da muss man vor allem auf sich selbst schauen. Das nennt man auch Consumer Citizen Gap, weil wir als Bürger sagen, das wollen wir, Essen, aber auch diese Werte, aber als Konsument sind wir dann doch meistens nur bereit, fürs Essen Geld auszugeben. Oder polemisch, der durchschnittliche Bürger braucht zwei Formen der Landwirtschaft, eine für die Geldbörse und eine fürs Gemüt. Und daran müssen wir natürlich arbeiten. Wobei, jetzt kommt eine kurze Kritik an der Politik, nicht zuletzt hier in Deutschland. Ich höre immer wieder das Argument, dass die Leute dann sagen, also aus politischen Kreisen, die Leute sagen, mehr Tierwohl, aber dann kaufen sie nicht danach, dann ist das vielleicht den Menschen gar nicht so wichtig. Vielleicht sagen sie nur Tierwohl, weil sie glauben, sie müssen das sagen. Das ist eine Interpretation, die kann man machen. Ich mache aber hier eine andere Interpretation stark, dass ich glaube, vielen Menschen ist das Tierwohl tatsächlich ein echtes Anliegen, aber das echte Leben kommt ihnen dazwischen. Was meine ich damit? Ja, wir kaufen ja nicht im luftleeren Raum ein, sondern da ist Stress, dann gibt es das Produkt nicht, ich müsste in einen anderen Supermarkt fahren. Ich denke gerade nicht nach, da quengelt ein Kind, mein Handy läutet, der Chef ruft an und braucht noch eine Mail. In dieser Situation kaufen wir oft ein und dann scheitern wir auch oft, unsere Werte umzusetzen. Oder natürlich, das Geld wird knapp am Ende des Monats. Nicht falsch verstehen, wenn ich eine dieser Personen bin, dann darf ich mich nicht mehr hinstellen und sagen, ich möchte eine ganz andere Form der Landwirtschaft. Die Bauern sollen es richten. Das kann ich dann nicht mehr machen, weil ich gebe den Bauern keinen Spielraum. Aber ich glaube trotzdem, dass es vielen Menschen so geht, dass die sagen, ich scheitere beim Einkaufen, deswegen hätte ich gern, dass die Politik die Rahmenbedingungen anders gestaltet. Gerade weil ich als Individuum überfordert und fehlbar bin, wünsche ich mir andere Rahmenbedingungen, die es mir leichter machen, nach meinen Werten zu leben. Und jetzt der Satz, der, ja, ich habe das mit Frau Klöckner diskutiert, daher wähle ich anders, als ich einkaufe. Das ist nur so ein kleiner Seiten, ja, ich meine es gar nicht böse, nicht, sondern, weil gerade auch hier in Deutschland oft sich überlegt wird, die Menschen kaufen ja CDU, CSU ein, aber wählen Grün. Oder zumindest gab es dieses Argument mal in der Debatte. Gut, das überspringe ich mit großer Freude, aber wir können das gerne diskutieren, dass wir gerade bei Landwirtschaft dazu tendieren, alles ein bisschen zu nostalgisieren, dass es ursprünglich beschaulich und bäuerlich ist. Und das ist auch nett so. Aber wir müssen aufpassen, ein großer, moderner, digitalisierter Stall, der mag nicht ursprünglich und beschaulich und nach Bilderbuch ausschauen, aber er kann das Potenzial haben, dass er für Tierwohl, Umwelt und Klima extrem gute Auswirkungen hat und da müssen wir als Gesellschaft ehrlich zu uns selber sein. Sind uns diese Werte dazu wichtig oder wollen wir eine beschauliche Landwirtschaft haben? Denn, ich kann Ihnen Beispiele geben, da gibt es ganz beschauliche Bauernhöfe. Ich habe Freunde, die besuchen mich am Land, also Freunde aus Wien, wie ich 18, 19 war, die haben dann zur Höfe gekommen und die haben gesagt, ja, das ist ein super Bauernhof. Genau so soll Landwirtschaft stattfinden. Und in Wirklichkeit, in Wirklichkeit unter Anführungszeichen, wenn man Tierärzte, Tierärztinnen fragt, ist das ein guter Hof? Dann sagen die, nein, der ist nett, aber er ist natürlich völlig veraltet, Anbindehaltung teilweise, permanent gibt es bei uns in der Gegend eigentlich eh nicht. Und was passiert da? Dass wir alle diese Bilderwelten haben und dann am modernen Stall mit mehr Tieren sofort schlechter einschätzen, obwohl es für das Klima vielleicht sogar und für die Umwelt und für das Tierwohl besser sein könnte. So wie es jetzt ist, ich bin gleich, ja, ich glaube, ich habe noch eine Minute, aber ich komme auch zum Ende. So wie es jetzt ist, finde ich es ein bisschen unglücklich. Wir haben extrem wenige Landwirte und Landwirtinnen, die produzieren tierische Produkte für eine Mehrheit. Wie zuvor gesagt, die allermeisten Menschen essen tierische Produkte. Ich rede jetzt wirklich hier über die Nutzterhaltung, weil Veganer werden auch von Landwirten ernährt. Wir haben einen Teil der Bevölkerung, der wünscht sich entweder die totale Abschaffung der Nutzterhaltung oder eine ganz andere Form der Landwirtschaft. Das ist auch wichtig so. Ich möchte diesen Teil der Bevölkerung nicht missen. Nur, was passiert ist, dass diese beiden Gruppen immer stärker aufeinandertreffen. Und das ist, glaube ich, gesellschaftlich nicht wünschenswert. Wichtig wäre, dass sich die hier, die schweigende blinde Mehrheit, nenne ich es in meinem Buch, schweigend, weil die sagen nichts. Welche Landwirtschaft wollt sie jetzt denn? Blind, sie schauen nicht hin, aber sie essen. Die schweigende blinde, essende Mehrheit, die muss aktiviert werden, die muss sich irgendwie bekennen, welche Landwirtschaft wollen wir als Gesellschaft jetzt eigentlich tatsächlich realisieren. Und dann braucht es so etwas Ähnliches, wie einen Konsens, der zumindest weitgehend ist, weil nur dann, das müssen wir uns auch eingestehen, nur dann können Landwirte und Landwirtinnen in diesem Land irgend so etwas wie Planungssicherheit haben. Ich baue doch keinen Stall, wenn ich nicht weiß, ob der in drei Jahren noch rechtlich okay ist. Das erleben wir ja, dass jeden Tag Höfe zumachen und ich komme gerade von einer Veranstaltung, wo eine Studie vorgestellt worden ist, Sie wissen alle, Schweinebauern, die Preise sind im Keller, die schreiben furchtbare Zahlen, aber es ist nicht unter den Top 3 Stressoren der Schweinebauern. Die vermissen einfach gesellschaftliche Akzeptanz oder sie sagen, es ist so ein furchtbarer Druck auf mich, ich werde dann aufhören. Und das kann man machen, nicht falsch verstehen. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, gut, wenn die Schweineproduktion von uns abwandert, nur was derzeit passiert ist ja, sie wandern ab, aber die Menschen essen ja genauso viel Fleisch wie vorher. Also da muss man dann gesellschaftlich überlegen, ob man das möchte. So, Sie waren so nett, das Buch schon anzumoderieren, ich möchte dazu noch einen Satz sagen, ich habe es geschrieben für meine Studenten und Studentinnen, es ist eigentlich ein Skriptum. Deswegen ist es auch nicht in einem echten Verlag erschienen, wer sich dafür interessiert, der muss mir leider eine Mail schreiben, es kostet 20 Euro, aber ich möchte niemanden dazu zwingen, weil ganz vieles, was in diesem Buch steht, habe ich jetzt eh ganz schnell durchgehächelt. Insofern können Sie sich die 20 Euro auch sparen. Und jetzt, vielen herzlichen Dank, sowohl hier wie auch im Internet. Ich freue mich auf die Diskussion, bei der ich aber nur kommentieren werde und keine Antworten geben werde. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Vielen Dank, Herr Dornberger, erst mal. Also ganz schnell zum Buch, also ich habe es ja ausnahmsweise mal schon vorgestellt, ich fand es super lesenswert. Also es lohnt sich. Keine Werbung, nicht falsch verstehen. Also ganz prima, mir hat es super gefallen, ich habe viel gelernt. Wie man solche Themen auch rüberbringen kann, na ja, schon sauber. Wie Sie den Bogen der Veränderung der ethischen Kernfragen geschildert haben, einerseits beim Klima, andererseits beim Tier, bis hin zum Tierrecht, das war schon eindrucksvoll. eindrucksvoll. Ganz nebenbei bemerkt, Herr Dornberger, in der Hochschule für Philosophie habe ich das A-Wort nie gehört in der E-Kick. Das war halt erst, habe ich gesagt. Also, ernsthaft. Ich rufe die Diskussion auf. Wenn Sie, nochmal, wenn Sie jetzt Fragen, Änderungsmeinungen und so weiter haben, dürfen Sie gerne vorkommen, kein Thema. Ich habe mir jetzt mal ein paar Fragen gesucht. Es sind eigentlich zwei große Gruppen von Fragen. gesammelt. Wenn Sie mal nach 2040 gucken, Herr Dornberger, was wird sich denn bei der ethischen, also wer ist in der Debatte geändert haben? Wird sich die Landwirtschaft deutlich geändert haben und dadurch die Gesellschaft andere Frage stellen? Oder wird die Gesellschaft anders diskutieren über das, was in der Landwirtschaft nach wie vor so ist? Was meinen Sie? Wenn ich das wüsste, würde ich viel Geld damit verdienen. Ich glaube grundsätzlich, dass sich die Landwirtschaft definitiv verändern wird. Und zwar radikal. Also nicht radikal, aber sie wird sich verändern. Wieder, ich bin gerade im Eindruck von dieser Veranstaltung heute Morgen, wann auch Vertreter des Bauernstandes da und einer der ersten Sätze war, es wird sich fast alles ändern. Denken Sie nur an die Digitalisierung. Also heute werden zum Beispiel, eine Tierärztin hat heute erzählt, das kann ja passieren, dass sie auf einen Hof kommt und der Bauer sagt, diese Kuh hat ein Problem, ein gesundheitliches Problem und sie untersucht das Tier und sie findet nichts. Sollte eigentlich Fieber haben, so in der Beschreibung, wie der Bauer das beschreibt, die Kuh hat aber kein Fieber. Sie wird nach Hause, sechs Stunden später hat die Kuh Fieber. Nur als Beispiel, was da alles möglich ist. Warum? Weil der Bauer ziemlich genaue Gesundheitsdaten auf sein Handy gespielt bekommt und damit tierindividuell das Tier viel besser verstehen kann, als vor, ja noch vor drei Jahren denkbar. Was auch für die Tierärzte bedeutet, sie müssen da echt Schritt halten probieren, weil der Bauer Daten hat, die alles übersteigen, was wir vor kurzem noch hatten. Das ist nur ein Beispiel im Kleinen. Digitalisierung wird natürlich mehr zunehmen. Wir erleben es natürlich gerade, es wird mehr pflanzliche Produkte geben, auch das wird die Landwirtschaft ändern. Ich kenne vegane Startups, die sagen, wir würden gern dieses und jenes Produkt nachhaltig, oder zumindest aus der Region anbieten. Das wird in Österreich gar nicht genug angebaut. Also es wird natürlich Bauern dann geben, die auf das einsteigen werden. Also ich möchte nicht das ausspielen zwischen Veganismus und Landwirtschaft, sondern es ist ja auch Chancen für die Landwirtschaft, weil wieder Produkte nachgefragt werden. Und natürlich, wenn wir über 2040 reden, ist ein Elefant im Raum und das ist alles, was aus dem Labor kommt. Weil ich persönlich, vielleicht setzt sich Veganismus gar nicht durch, so im großen, mengenmäßigen, relevanten Teil, sondern wenn man sich anschaut, was in den letzten Jahren passiert ist mit, ich sage das jetzt als Laie, Milch ist im Labor, Fleisch ist im Labor, dann kann das tatsächlich, nochmal die Verwendung des Begriffs, Game-Changing-Moments sein. Das kann alles auf den Kopf stellen. Jetzt haben wir überwiegend über Landwirtschaftsänderung gesprochen. Gerade die letzte Botschaft, würde ich doch sagen, dann diskutieren wir doch darüber auch ganz anders. Wenn wir jetzt plötzlich, ich sage mal, Insekten essen und ganz andere Produkte essen, weil wir auf der einen Seite trockene Pflanzen essen, auf der anderen Seite ganz nasse Pflanzen essen müssen, weil wir wahrscheinlich viel weniger Tiere, anders gehaltene Tiere, dann diskutieren wir doch auch darüber ganz anders. Ich meine, das erleben wir auch, glaube ich, dass wir eine junge Generation haben, die diese Fragen einfach ähnlich emotional diskutieren, wie vielleicht in früheren Jahrzehnten Kernkraft, grüne Gentechnik. Ich würde sagen, diese Debatten sind jetzt gerade ein bisschen abgeflacht und wir diskutieren viel über Tierwohl, Tierrechte und natürlich über die ganze Klimadebatte, Auswirkungen der Klimadebatte. Ja, aber ich vermisse auch ein bisschen so, dass wir nicht nur über Ernährung dann klimaethisch diskutieren, sondern Mobilität im Großen und Tourismus. Auch wenn es heute um Ethik und Landwirtschaft geht, würde ich schon sagen, wir dürfen nicht, also beim Klima braucht es wahrscheinlich einen großen gemeinsamen, gleichzeitigen Schritt in allen Regionen, in allen Bereichen des Lebens. Wir können da nicht das eine gegen das andere ausspielen, weil sonst passiert das, was ihr jetzt gerade passiert, dass man sagt, ihr solltet mal was machen und die anderen sagen, ja, aber ihr fliegt es noch auf Malle. Also, da müssen wir gleichzeitig was machen. Ja, okay, okay, gut. Die zweite große Gruppe ist die Frage, wie lösen wir den aktuellen Konflikt? Wir, die blöden Städter, die keine Ahnung haben, wie Bauern geht und da die Bauern, die uns die Böden mit Chemie voll machen und die Tiere quellen. Spitze zu, Ich habe da drei Gruppen von Fragen gefunden jetzt, die haben wir mitgekriegt. Die eine Gruppe ist, wenn ich es richtig verstanden habe, also bezahlt sie doch ordentlich dafür, dass sie nicht alle großen Flächen haben, sondern dass sie Hecken drumherum nehmen, dann können die Vögel und die Insekten und so weiter wachsen. Bezahlt sie für gesellschaftlich gewünschte Dinge, wie mehr Umweltschutz, weniger Chemie, bezahlt sie für, dafür, dass sie weniger Lachgas produzieren und das Klima schädigen. Also, ist Geld die Lösung? Das klingt so zynisch, wenn ich jetzt Ja sage, aber ich würde mal sagen, wie viele andere Berufsgruppen oder Menschen in unserer Gesellschaft verhalten sich denn hochgradig moralisch, wenn sie dafür ökonomisch bestraft werden? Und das ist in der Landwirtschaft ja auch gegenwärtig teilweise zumindest der Fall. Wir können nicht die große Moral von einer Berufsgruppe einfordern, wo überhaupt kein finanzieller Spielraum da ist. Das heißt, wer heute besonders darauf achtet, wenn er nicht extra, also man kann ja auch immer Nischenlösungen finden, man kann, man kann, glaube ich, sehr wohl heute auch eine Landwirtschaft betreiben, wenn man sich eine Nische sucht, wenn man sagt, hey, das ist mein Anliegen, dann kann ich ja auch extrem horrende Preise dafür verlangen, wenn ich ja eine Käuferschicht habe, dann, genau, es ist eine extrem wenige, aber das ist ja auch möglich. Aber wir reden jetzt über das große Ganze, da würde ich sagen, klar, es geht über finanzielle Anreize nicht zuletzt, es geht über Regularien, aber ich möchte nicht den Eindruck entstehen lassen, dass das dann quasi die Gier wäre oder sowas. Wir sehen es wieder, wir sehen es ja auch beim Tourismusverhalten. Wenn wir den Leuten sagen, bitte macht es nachhaltigeren Tourismus, dann passiert gar nichts. Das muss man, also ganz, ganz wenige Leute, die dann tatsächlich sagen, okay, ich fliege jetzt wirklich nicht mehr. Sondern, so ehrlich muss man sein, jetzt mit Kant, ich möchte kein pessimistisches Menschenbild vertreten, aber der Kant sagt, der Mensch ist aus Krumm im Holz geschnitzt, was ganz gerade ist, kannst du da nicht auszimmern. Und ich glaube, ähnlich würde ich das sehen, wenn ich mir anschaue, wie wir mit der Klimakrise umgehen. Wir müssen ehrlich sein, auf individueller Ebene scheitern wir ganz, ganz oft regelmäßig, die allermeisten Menschen, also müssen wir die Rahmenbedingungen scheinbar von oben herab ändern. Deswegen ist mir auch eine Politik zu feige, die sagt, ihr könntet doch jetzt schon tugendhaft werden. Was machen wir denn, wenn wir sagen, Klimakrise ist wichtig, wir sollten das machen, aber wir schaffen es nicht, dass 80, 90 Prozent der Menschen ökologische Saar und Heilige werden. Und das sehe ich, aber das wird nicht passieren, dass das so kommt. Die Rahmenbedingungen, das ist praktisch die dritte Fragestellung für diesen Konflikt. Ich wollte noch schnell zum Geldnummer sagen, also ich weiß nicht, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, wie viele Milliarden GAP, also gemeinsame Agrarpolitik Europas, wie viele Milliarden an Bauern ausgeschüttet werden pro Jahr. Gigantische Größenordnung, das ist doch mehr eine Frage der Verteilung. Heute geht es stur nach Fläche und jetzt wird ja gefeiert, ich glaube 25 bis 25 Prozent der nationalen Budgets dürfen auch für gesellschaftliche Aufgaben der Landwirte umgeschichtet werden, aber es ist doch eigentlich eine Frage der Verteilung, der Anwendung, die Benutzung dieser... Eine Frage der Verteilung, wobei ich auch sagen muss, ich möchte zur GAP und zum Säulenmodell eigentlich nicht sagen, weil ich habe da Vorträge gehört, das ist so kompliziert, also das übersteigt meine Expertise, aber ein wichtiger Punkt wird da deutlich und das betrifft unsere ganze ethische Debatte und Landwirtschaftspolitik, nämlich, wenn Sie hier in Deutschland sagen, Sie würden das gerne anders machen und Sie hätten sogar einen politischen Willen dafür, dann bringt Ihnen das noch nicht so viel, weil ganz viele Fragen, die hier relevant sind, auf EU-Ebene gelöst werden müssen. Ja, ja, klar, klar. Und sprechen Sie mal mit Frau Klöckner, sprechen Sie mal mit Frau Köstinger, oder sprechen Sie mit jedem Landwirtschaftsminister oder Minister überhaupt, da geht man rein in den großen Saal in Brüssel und wir haben es auch mit Ländern zu tun, es soll jetzt kein Bashing sein, in Österreich ist alles so viel besser, das ist nämlich auch gefährlich in der Landwirtschaftspolitik oder in der Ernährungspolitik, dass man immer sagt, wir haben die besten Standards, aber die anderen sind alles barbar, das erlebt man in jedem Land, wir sagen, ach Deutschland, furchtbar, Deutschland sagt, wir haben die ersten Standards, Slowenien sagt das sicher auch, aber wir müssen einfach, das sieht man auch bei Eurobarometer, wir haben es auch mit Gesellschaften zu tun, da ist hier wohl einfach nicht unter den Top 8 oder sowas, also da sitzt auch ein Minister drinnen und vertritt seine Gesellschaft und sagt, Leute, wir wollen billige Lebensmittel haben, mit denen verhandeln wir auch und die EU ist uns auch irgendwie ein Projekt, auf das wir sehr stolz sein sollten. Ich habe ja auch nur den Anspruch erhoben, man müsste die GAP-Milliarden anders stellen. Ja, da haben Sie völlig recht, genau. Ich bin ganz bescheiden. Ja, ja, genau. Man müsste über die GAP viel mehr nachdenken. Jetzt hat Herr Thunberger 1 mir absolut eingeleuchtet, wir müssen die Rahmenbedingungen ändern. Ja, dann machen wir doch mal schnell, ne? Genau, das meinte ich. Das ist die Schwierigkeit. Wie kommen wir denn da hin? Beispiel, aber da kennen Sie sich besser aus, ich bin kein Landwirt und so, ich habe es nur in den Zeitungen mitbekommen, weil es mich eben immer das Klimathema dabei ist. In der Landwirtschaft hat es in Deutschland eine Landwirtschaftskommission gegeben, zusammengesetzt mit den üblichen Verdächtigen von Bauernverband, bis irgendwelche Jugendvertreter ganz kritischer Art, Umweltschützer, bla bla bla. Die saßen alle in einer Kommission. Eine Vereinbarung war fast nicht möglich. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch erzähle, ja? Was ist denn da tatsächlich passiert? Man höre und staune. Da wäre ich nie drauf gekommen. Die Bauernjugend, also die Jugend des Bauernverbandes und die Jugend des BUND haben sich committet, lass uns mal in einem anderen Saal gehen, wir reden jetzt mal die nächsten Tage alleine und die haben dann nett gesprochen, gerauft, ich weiß nicht, ich war jetzt dabei. Jedenfalls kamen dann ein paar Kriterien raus und die Kriterien bezogen sich auf die Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft. Und mit diesen Vorschlägen sind die in die große, festgefahrene, Interessenorientierte Gruppe hineingegangen und haben gesagt, salopp gesagt, Jungs und Mädels, wir Jugendliche haben uns jetzt mal auf diese Punkte geeinigt. Was sagten wir dazu? Und dann ist wohl, ich höre es ja nur aus den Vorbänden, dann ist wohl eine hochinteressante Diskussion aufgebrochen und zum Schluss kamen viele Kompromisspunkte raus. Nähe ans Mikro wird gedauert. Ja, ja. Und hinterher kam dann aus der ganzen Kommission eine ganze Reihe von Kompromissen und Vorschlägen an die Weltwirtschaft raus. Wäre das ein Weg, wie man zu solchen Rahmenbedingungen kommt? Ich meine grundsätzlich glaube ich, wenn ich, genau, also ich weiß natürlich nicht, wie man Rahmenbedingungen einfach ändert, weil sonst wäre man ja ein politisches Genie. Genau. Aber grundsätzlich glaube ich, dass grundsätzlich diese Kommissionsarbeiten und Zusammenkünfte schon mal zu wenig sind, sondern, das meinte ich mir zuvor mit dieser schweigenden, blinden Mehrheit. Ich glaube, dass noch immer viele, viele Menschen in diesem Land leben, die jeden Tag konsumieren, ohne darüber nachzudenken. Und die, und deswegen, Skandale in der Landwirtschaft sind furchtbar, aber teilweise natürlich auch Tür öffnen, dass die Leute hinschauen. Solange sie dann hinschauen und wissen, das ist ein Skandal. Da gibt es auch Bauern, die großartige Arbeit jeden Tag leisten, die natürlich dann unter der Skandalisierung leiden. Aber da würde ich jetzt hoffen, dass die meisten Menschen so vernünftig, so viel Vernunftbegabung haben, dass sie das verstehen. Aber ich glaube, diese Kommissionsarbeiten, das, was sie geschildert haben, habe ich auch damals mitbekommen und da gibt es auch das Paper, das online steht ja, etc. Das kriegen ja die meisten, meisten Menschen in Deutschland nicht mit. Das ist jetzt auch kein Vorwurf. Ich kriege ja auch das meiste von anderen, ich weiß nicht, was sie für Berufe haben, vielleicht in der Landwirtschaft, man kriegt das meiste nicht mit. Nur wir müssen uns einfach sagen, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass wir wirklich uns bemühen, Landwirtschaft mehr in den Fokus zu rücken und mehr Leute sagen, schaut mal hin, so schaut es aus. Das ist ein moderner Schweinestall. Wenn dir das einleuchtet und gefällt, dann machen wir so weiter oder wir drehen mal die Schraube in die Richtung oder schauen mal, dass die Klimabilanz besser ist, etc. Aber ich glaube, wir haben ja noch immer nicht geschafft, dass die meisten Menschen überhaupt hinschauen. Also diese Kommissionsarbeiten, das stimmt, ist natürlich auch auf die Frage gekommen. Genau. Aber, und jetzt noch ein Punkt zu dem, was Sie gerade gesagt haben, mich überrascht das nicht so sehr, dass zum Beispiel diese Jungbauern da mit NGOs rund um Umwelt und Klima viel anfangen können. Grundsätzlich, Bauern sind ein heterogener Haufen. Die sind nicht so, wie wir tun, wenn Bauern. Aber, ich erlebe viele Jungbauern, die sagen, ich habe einen Job, wenn ich jetzt eine Frau oder einen Mann kennenlerne in einer Bar, dann rede ich nicht gern über meinen Job. Ich sage nicht gern, dass ich Bauer bin. Das bedeutet, ich habe einen Job, bei dem möchte ich mich lieber, wörtliches Zitat von einem Jungbauern wegducken. Und niemand hat gerne einen Job, auf den er nicht stolz ist und wo er sich wegduckt. Und das merken die Bauern. Also die sagen, es geht mir nicht nur um die Kohle, sondern ich möchte natürlich, dass ich nicht nur einen Job mache, von dem ich überzeugt bin, sondern mit dem ich auch gerne sage, hey Leute, ich bin Landwirt, ich ernähre euch. Ist das nicht geil? Und wenn die merken, der gesellschaftliche Akzeptanz bröckelt und es ist so umstritten, ich rede hier nicht nur über Schweine, Ackerbauern, Glyphosat, die reden immer gern drüber viele. Und die sagen dann natürlich, Leute, lasst uns irgendwas ändern, weil ich würde gern diesen Hof weiterführen, ich würde gern damit Geld verdienen, aber ich hätte gern auch, dass das ein Thema ist, wo ich sage, Leute, ich bin Bauer, es gefällt mir, ich bin stolz drauf. Ja, klar, klar, klar. Ich habe, Herr Dornberger, vielleicht ein bisschen auf der anderen Seite, als Sie diese Landwirtschaftskommission da so verstanden, dass jetzt endlich dieser scheinbare, tatsächlich Riesenkonflikt, Bauern machen das Land kaputt und wir Städter, wir schimpfen, die sollen sich ändern, dass dieser in dieser Kommission aufgehoben wurde und Bausteine für die Politik gesetzt hat. Jetzt redet euch in der Politik nicht mehr raus, dass wir uns angeblich nur noch bekriegen würden, sondern macht das, was wir euch vorschlagen. So habe ich das verstanden. Und so ist es, glaube ich, auch, muss ja nicht gleich Vorbild für Europa sein, reicht ja erst mal, wenn die deutsche Bundeslandwirtschaftsministerin ein paar Vorschläge macht. Gut. Okay. Also das war eine Frage, kommt man da rüber leichter. Die Anschlussfrage ist, wie kriegen wir es denn dann sonst hin, die blinde Mehrheit? Jetzt haben Sie ein Beispiel gemacht, mehr Skandale. Das kann ja nicht Sinn und Sektorübung sein. Wir haben, ich glaube, genau in einer Woche heute haben wir diese Veranstaltung, was kostet ein Kilo Rindfleisch wirklich, wenn man die Umweltkosten mit reinrechnet. Also jetzt unter der Überschrift, wir wollen die blinde Mehrheit mitziehen, ist es einfache, teuerer machen von Rindfleisch. Zumindest nicht aufklärerische Methode. Also ich bin dennoch überzeugt, dass wir es teurer machen müssen, weil die Umweltkosten hineingerechnet werden sollen. Das ist eine andere Frage. Wie kommen wir denn an die blinde Mehrheit rein? Denn zum Beispiel die berühmten Farbskalierungen, die das Erstessen bewerten sollen, haben ja auch nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Aber da ging es um Gesundheit, oder? Da ging es um Gesundheit. Genau. Wie kommen wir denn ran? Wie schaffen wir es denn? Also was ich manchmal in Workshops mache, um Menschen quasi wachzurücklingend aus Landwirtschaft ein spannendes Thema ist, das uns alle angeht, ist meine Frage, wollen Sie eine Landwirtschaft in Österreich? Wollen Sie eine Landwirtschaft in Deutschland? Dann sagen die Menschen mal als erstes, ja wie was? Natürlich. Also wir werden immer eine haben. Das ist doch keine Frage. Das heißt, wir werden immer eine haben. Denken Sie an Textilindustrie. Vor 150 Jahren, wo war die Textilindustrie zum Beispiel in Deutschland? In Österreich gab es Textilindustrie. Die Leute haben gesagt, ja wie war es, die wird immer da sein. Die Leute brauchen ja was zum Anziehen. Und dann stelle ich immer die Frage an die Menschen, wie oft, also wo ist die Textilindustrie heute? Nicht mehr bei uns. Und wie oft sehen Sie nackte Menschen? Also es gibt kein, nicht oft genug, sagen wir Menschen, aber... Verstanden. Nein, aber damit möchte ich Ihnen klar machen, es gibt kein Naturgesetz, das irgendeine Wirtschaftsweise irgendwo stattfindet. Spannend ist dann, dass wenn größere Gruppen sind, dann sagt irgendjemand, der ist eh besser. Also vor allem Nutzerhaltung, aber Landwirtschaft natürlich schon. Aber dann ist man schon mitten in der Debatte drinnen und so versuche ich manchmal zumindest im Kleinen, im Workshop-Charakter, die, die, die... Ja, genau, mehr kann ich aber als Wissenschaftler mit der... Das war nicht die Frage. ...beschäftigt, die ich nicht machen. Okay, machen wir mit 80 Millionen, machen wir mit 80 Millionen deutschen Seminare. Nein, es schauts beiseite. Ja, also Aufklärung gehört dazu, Diskussionen gehören dazu, auch Streitgespräche gehören dazu, Öffentlichkeitsarbeit gehört dazu, und so weiter, und so weiter. Ja, da passiert auch viel in der Landwirtschaft, dass die sagen, der einzelne Bauer, die einzelne Bäuerin muss mehr kommunizieren. Und das würde ich auch unterstreichen. Genau. Und ich habe zum Beispiel eine Studie gemacht, wo ich mir angeschaut habe, passiert das wirklich? Ich habe mir angeschaut, gibt es Bauern auf Facebook, die ihre Landwirtschaft präsentieren? Und was erleben die dort? Und das war spannend, das war in vielen, vielen Medien, diese Studie, weil es kam raus, also ich habe den Bauern dann auch gefragt, werdet ihr beschimpft auf Facebook? Und wenn ja, was sind die schlimmsten Beschimpfungen? Und diese schlimmsten Beschimpfungen, die waren auf den Titelseiten der Zeitungen, auch teilweise in Deutschland, also nicht auf großen Zeitungen, aber landwirtschaftlichen Blättern. Deine Kinder sollen an Krebs verwecken, du solltest geschlachtet werden und dergleichen. Also da merkt man schon, dass das extrem emotionalität drinnen ist und das finde ich auch, das ist natürlich schlecht, nicht falsch verstehen, aber dann diskutieren wir wenigstens drüber. Bauern haben heute zur Lage scheinbar teilweise einen Beruf. Wenn die auf Facebook über ihren Beruf reden, kann es ihnen passieren, dass sie solche Nachrichten bekommen. Und wieder, wir reden da jetzt nicht über Veganismus gegen Nutztherhaltung. Auch die Akkabauern sagen, das ist furchtbar. Ja, dann müssen wir als Gesellschaft einfach sagen, wollen wir das? Wenn nein, dann müssen wir was ändern. Was genau, weiß ich nicht. Zwei Fragen aus dem Publikum, bitte. Zwei Fragen, also, weil Sie es jetzt gerade gesagt haben mit dem Konflikt in der Gesellschaft, der einerseits so eine Diskrepanz zwischen Verbraucherwille und Verbraucherhandeln auf der einen Seite hat, mit einem großen Moralienzeigefinger auf die kleine Gruppe der Bauern, ihr sollt anders und die Bauern, die sich angegriffen fühlen. Als Lösung kam am Anfang, das Stichwort, dass Sie gesagt haben, eine Ökodiktatur, böse gesagt, oder eine, ja, ja, ich wollte es aber auf jeden Fall aufgreifen, wäre eine Lösung. Und da, also zum einen bin ich der Meinung, dass in Demokratien Rechtsdurchsetzung, wenn man denn die richtigen Rechte setzt, die für beide Seiten vielleicht einen Weg finden, Steuerung durch Steuergesetzte, die es vielleicht lieblicher macht, den Folgen des Geldbeutels oder der Lust oder die verschiedenen Komponenten, die Sie genannt haben, also quasi das so zu machen, dass der Verbraucher es einfacher hat, qua Geldbeutel, das Richtige zu tun, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die Regulierung der Landwirtschaft, so zu machen, dass man die Landwirte mitnimmt. Und das ist ja, da ist ja so, dass die Menge, wir hatten in Bayern vor zwei Jahren das Volksbegehren Rettet die Bienen, in dem es um landwirtschaftliche Regulierung ging, es ging um ein neues Naturschutzgesetz, es ging um Ackerrandstreifen, es ging um den Eingriff in das Eigentum von Bauern, das waren die Gegenargumente, mein Land, ich bearbeite es, wie ich will, ich will keine zwei Meter Ackerrandstreifen, ich will nicht das Feld von innen nach außen mähen, also solche Maßnahmen wurden da diskutiert, sehr aggressiv, sehr, aber 20% der Bevölkerung haben teilgenommen an diesem Volksbegehren, so viel wie nie zuvor bei einem Volksbegehren, und haben dafür gestempelt. Und da frage ich mich jetzt natürlich, inwieweit diese Mehrheit, also inwieweit dieser Topf derer, die auf die Landwirtschaftszeiten deutlich größer ist, also diese schweigende Mehrheit kleiner ist, und inwieweit die Politik nicht eine größere Rolle hat, und den Ausfliefe der Dick, das möchte ich Ihnen doch mal erklärt haben, weil ich schon denke, dass wir auch mit demokratischen Mitteln in der Lage sein müssen, einen Pfad einzuschlagen, dass man der Wissenschaft folgt. Corona haben Sie auch erwähnt, es gibt ja klare Datengrundlagen, was man tun muss, was man in der Landwirtschaft ändern muss, dass man Neonicotinoide verbieten muss, gibt es gerade in Bayern Ausnahmezustände, zum Beispiel, weil eine Ernte im Vorjahr schlecht war, etc. Ist es nicht dann einfach so, dass die Verantwortung doch einfach bei der Politik liegt, diesen Konflikt zu lösen? Vielen Dank für die Frage, weil ich muss sagen, Sie haben mich völlig falsch verstanden. Also ich sehe das genauso wie Sie. Und ich, nur genau, falls es irgendwann auf YouTube landet, also ich mache wirklich nicht den Gedanken einer Öko-Diktatur stark. Ich sehe das genau wie Sie. Wir haben natürlich Regularien, und die müssen wir nützen. Und die Demokratie ist das höchste Gut, was wir in diesem Land unter anderem erreicht haben, mit offener Gesellschaft und Menschenrechte. Also nicht, dass irgendjemand glaubt, ich mache den Gedanken einer Öko-Diktatur, oder bringe ihn nur ins Spiel. Was ich gemacht habe ist, dass Hans Jonas gesagt hat, Leute, es kann uns passieren, dass der ökologische Problemdruck so groß wird, dass das Systeme der Öko-Diktatur kippt. Also nicht, ich sehe das genauso wie Sie. Wir haben Regularien, wir haben wissenschaftsbasierte Überlegungen zum Pflanzenschutz, zum Umweltschutz, und nichts anderes bleibt uns übrig, als auf diesen wissenschaftlichen Konsens in bestimmten Dingen zu hören und zu sagen, probieren wir es praxistauglich umzusetzen. Ich habe noch eine Assoziation gehabt, was wir machen könnten, wenn es darum geht, jetzt gab es noch eine zweite Frage. Ich wollte erst mal zusprechen, seine Frage war, also in meinen Worten jetzt, so habe ich es verstanden, die Politik müsste doch deutlicher Rahmensetzungen machen. Ja, natürlich. Die kann ich immer sagen, hier die Kunden, die kaufen das Falsche im Supermarkt, und die essen das Falsche, sondern so habe ich es verstanden, klarere Rahmensetzungen. oder politischen Willen nenne ich das übrigens, unter anderem würde ich mal sagen, wenn ich wirklich der Meinung bin, als Politiker, als Mensch in dieser Gesellschaft, es braucht mehr Klimaschutz, als Beispiel, dann kann ich auch nicht sagen, schaut mal, 90% der Menschen kaufen nicht klimaschutztauglich ein. Dann brauche ich ja keine Politik, dann brauche ich ja nur auf Unfragewerten und Einkaufsverhalten schauen, sondern da muss ich sagen, ich bin der Meinung, wir haben die moralische Grundüberzeugung, dass wir Klimaschutz schützen müssen, also habe ich einen politischen Willen und dann versuche ich, innerhalb demokratischer Spielregeln, das durchzubringen, klar. Also wenn ich nur darauf warte, bis die Leute von sich aus so einkaufen, das ist ja der Punkt, den ich versucht habe vorher zu machen, da wird nichts passieren. Nur noch ein letztes Stichwort, es geht nicht nur um Regularien, es geht nicht nur um moralische Appelle, wir könnten natürlich auch ein bisschen über Nudging nachdenken. Nudging, wo man sagt, ich bin der Meinung, ich würde gern zum Beispiel weniger Fleisch essen, aber ich schaffe es halt nicht. Und da gibt es schon beeindruckende Versuche, zum Beispiel aus Kantinen. Da kann ich, wenn ich überzeugt bin als Firma, bitte essen wir weniger Fleisch, kann ich da einen Zettel aufhängen und sagen, Leute, esst weniger Fleisch, ist gut fürs Klima. Dann passiert in der Regel gar nichts. Oder, da gibt es schöne Studien, die Leute gehen in die Kantine rein und als erstes steht der Salat. Was passiert dann? Die Leute sehen den Salat und denken sich, na, ich sollte ein bisschen fitter leben, nehmen den Salat, geh weiter, dann steht da das leckere Steak und sie denken sich, ah, jetzt habe ich schon einen Salat. Jetzt möchte ich ihn nicht zurückbringen, das ist Walk of Shame. Außerdem habe ich den Salat schon in der Hand, das ist mein Salat. Kantinen, die so Kleinigkeiten umbauen, Nudging, können zeigen, zumindest in den ersten Studien, dass der Fleischkonsum reduziert wird. Das sind so kleine Tricks, muss man auch kritisch diskutieren, ist das nicht Manipulation, ist das nicht Entmündigung, aber das Gegenargument ist, wenn das erstes das Steak ist, ist es auch Manipulation. Aber auch in diese Richtung kann man denken und es ist kein Zufall, dass Macron, dass Obama, dass Cameron, dass die alle Nudging-Kommissionen hatten und haben. Ja, ich meine, Dürnberger, das erleben wir doch jeden Tag, wenn man in den Supermarkt geht. Was wird uns da vorne als erstes hingestellt? Was wird den Kindern, wenn sie an die Kasse gehen, gleich links neben der Kasse, was liegt da? Die Nötigkeiten. Ja, das ist doch nichts anderes. Also das ist eine Möglichkeit. Ich bin Ökonom, ich bin ganz begeistert vom Thema CO2-Steuerung durch Steuern. Analog könnte man auch hier sagen, wenn ich ein bestimmtes Verhalten steuern möchte, kann ich auch beim Lebensmittelbereich finanzielle Belastungen steuern, zum Beispiel um den Zuckerkonsum zu reduzieren, zum Beispiel um bestimmte Lebensmittel im Gegensatz zum anderen teurer zu machen. Kann man alles machen. Steuern durch Steuern. Und übrigens, genau, das sehe ich genauso, und dann kommt immer das Argument, aber wir sollen nicht so tief eingreifen, aber Sie haben es ja gesagt, auch jetzt greifen wir schon ein. Also wir steuern auch jetzt. Auch wenn wir etwas nicht steuern wollen, steuern wir, weil irgendwas System ist ja da. Also wie beim Beispiel mit der Kantine. Irgendwas liegt da zu Beginn. Ja, ja, ja. Also, darf ich so abschließend zu provozierend sagen, die Politik, auch in Deutschland, auch in Europa, sollte sich weniger nach den Lobbyinteressen orientieren, sondern stärker an den moralischen, ethischen Grundsätzen, auch in Sachen Klima und auch in Sachen Tierrechte. Wissen Sie, warum ich nicht mitgehen kann? Weil es Lobbying in alle Richtungen gibt. Es gibt ja Lobbying in der Umweltschutz. Ja, ja, Sie wissen schon, was ich meine. Sie wissen schon, was ich meine. Ja, noch eine Frage. Bitte gerne. Ja, also offensichtlich ist das Problem, dass vielleicht 10, 20 Prozent der Bevölkerung ohnehin sich für das Thema interessieren und Bewusstsein entwickeln. Aber vielleicht 50, 60 Prozent nicht. Und ich sehe ganz einfach das Problem darin, die zu erreichen, gelingt nicht, wenn ich im Fernsehen und zwei Stunden für den Bürgerzeige, weil die schauen die denn an. Darum wäre es vielleicht nötig, dass man so etwas Ähnliches macht, wie früher, der sechste oder der siebte sind, fünf Minuten vor der Tagesschau, im kurzen Häppchen, einmal, zweimal die Woche, den Leuten sozusagen klar machen, und wie kann jeder Einzelne mit kleinen Schritten viel erreichen, weil die Masse der Leute mitmacht. Ich hoffe, die Leute zu Hause haben es verstanden. Und ich kenne die Sendung nicht. Also ich kann es auch nicht kommentieren, das sechste, siebte, siebte, siebte. Ich nehme an, es ist etwas Deutsches gewesen. Es gibt schon das Verlangen nach einer Sendung Klima-Voracht. Ich wollte gerade schnell übersetzen. Manche haben es vielleicht jetzt nicht ganz verstanden, was der Herr gesagt hat. Botschaft hoffentlich richtig zusammengefasst. 50, 60 Prozent der Bevölkerung kriegt diese Themen gar nicht mit. Vorschlag, neben allgemeiner Bildungsarbeit zu machen, so etwas wie der siebte Sinn, das ist ein Verkehrsthema in Deutschland gewesen, immer kurz vor den Nachrichten zu bringen. Oder was hier der Zwischenruf jetzt war, es wird jetzt ernsthaft darüber debattiert in Deutschland. 5 vor 8 heißt das Format. Was hören wir heute? 5 vor 8 hören wir vor der Tagesschau, hören wir die Aktienkurse und sehen die Aktienkurse. Also, die hat mich schon immer geärgert, das ist eine andere Frage. Aber warum hören wir nicht... Ich verstehe Sie nicht. Warum hören wir nicht ab demnächst 5 Minuten vor 8 Klimathemen? Oder, meinetwegen, also aus der Landwirtschaft, aus der Ernährung, aus dem Konsum, aus der Mobilität, was auch immer, dann erreicht man ganz andere Bevölkerungsgruppen. Und jetzt müssen wir beide, wir sind etwas ältere Herren, auch zugestehen, dass die jüngere Generation natürlich nicht mehr Tagesschau guckt. Aber immerhin, ähnliche Formate kann man ja dann in Social Media, könnte man ja genauso verwenden. Aber ich... Ja, oder ich greife jetzt den Gedanken auf, ähnliche Argumentationen gibt es immer, Essen ist so wichtig, es sollte in der Grundschule sein. Sie, glaube ich, in der Grundschule sagen wir, unterrichtet werden. Nur, ohne die Party zu crashen, ich stelle mir das auch extrem schwierig vor, ich habe zum Beispiel ein Schulbuch herausgeben sollen oder so ein kleines Heft und dann bemüht man sich. Man möchte jeder Position gerecht werden, man möchte das wissenschaftsbasiert machen und dann sitzt man da aber wirklich lange und so einfach ist das gar nicht. Also, ich wäre froh, wenn ich nicht in dieser Redaktion sitze, die diese Sendung gestalten muss, weil, rufe ich den Experten an, höre ich das, rufe ich ein bisschen was anderes. Also, das mit Aktien ist ein schönes Beispiel, leuchtet mir völlig ein, mich interessiert das auch nicht und da wäre ruhig Platz mal für andere Themen, aber dass man das wirklich wissenschaftsfundiert so rüberbringt, dass der Einzelne das versteht, das ist natürlich journalistisch, ja gut, das ist Journalismus vielleicht auch, im positiven Sinne. Also, aus der Serie jetzt, aus den vielen Veranstaltungen, jetzt im Klimaherbst lerne ich auch, dass in diese Richtung sehr viel in der Pädagogik zum Beispiel geschieht, im Kindergarten und auch in den Grundschulen, also ich glaube, da sind wir fast, bloß weil wir es nicht wissen, fast schon weiter. Auch die wissenschaftliche Diskussion habe ich jetzt gelernt, vorgestern war eine Veranstaltung über Gesundheit und Bildung und so weiter. Das ist eine Frage. Gerne noch. Gerne, dass man Sie hört. Ja, Sie müssen nicht im Bild erscheinen. Bitte sehr. Ich habe eine Frage, Sie sind wirklich zum Grundsatz Ihres Vortrags. Also, ich beherrte mich ein bisschen weit weg von der Praxis. Und meine Frage ist, am Anfang sagen Sie, Sie betreiben ja keine normative Ethik, sondern eher destruktive Ethik. Und zwischen den Ländern, wie man erwähnt, Ihnen ist es wichtig, wie wir sie vorigen haben, dass der Mensch auf sich, also das Individuum, selber darüber nachdenkt, warum handelt es so oder so und nicht so. Im Sinne der Umwelt, der Gemeinschaft oder dem Gott. Und dann am Ende kam so die spannende Frage, so diese schweigende Sinne Mehrheit, die müsste aktiviert werden. Also für mich, diese Mehrheit ist, die ist nicht nur schweigend, sondern ich habe oft das Gefühl, es interessiert Sie einfach nicht, was da passiert ist. Und die Frage, die mich so brennend interessiert, und da ist, dass man rein platt ist, wo es ein sehr praktischer Ansatz ist, wie aktiviert man Sie eigentlich? Da haben Sie erwähnt, Sie machen manchmal Workshops oder sowas. Also die Frage eigentlich, für mich das Thema stellt, also ich glaube, die neue Sitzung ist eigentlich eh für uns gedacht. und wie aktiviert man eben diese schweigende Mehrheit, die noch für mich sehen, auf dem Weg ist, also sehr gut darüber nachzudenken, was sind ja eigentlich die Konzepte in der Gemeinschaft, jetzt weiß ich, dass sie die Konzepte haben. Einfach springen aus, meine eigene Familie, und dann haben wir gesagt, naja, die nächsten Geneerle, die ganz besser machen als ich. Ich habe gesagt, wieso, sie können das jetzt auch besser machen, weil du weißt es ja. Genau, daher würde mich so sehen, aus der Praxis, aus der Erfahrung, wie kann man es ja aktivieren. Das ist aber immer, genau, ich habe dafür keine Königsantwort, keinen Königsweg. Es klingt doch so, als hätten Sie eine Überlegung, ne? Nein, ich habe keine, ich suche einen Weg. Okay, ja, ich suche auch einen Weg. Insofern kann ich da, glaube ich, nichts anderes, nichts Glüheres sagen, als was ich zuvor gesagt habe. Also klar, im ganz kleinen, im Workshop, und dann ist es auch immer ganz unterschiedlich. Ich habe ja auch viele Workshops mit Landwirten und Landwirtinnen. Und da ist genau das Ähnliche, da sind manche hypersensibilisiert für diese Themen, die lächeln danach und sagen, lasst uns darüber diskutieren, können wir Tiere nicht besser halten? Also, da sitzen aber natürlich auch welche drinnen, die sagen, eigentlich ist mir das völlig wurscht. Und sie haben auch etwas sehr Kluges besprochen, es gibt natürlich wahrscheinlich auch viele, viele Menschen, die können wir erreichen, die schauen sich das vielleicht an, sagen, das ist interessant, aber es ist mir einfach wurscht. Und sie sind auch Teil der Gesellschaft, die wir nicht zwingen können wahrscheinlich, dass sie sich intensiv mit etwas auseinandersetzen. Insofern wird es extrem schwierig, dass es hier einen Königsweg gibt, glaube ich, diese Mehrheit zu aktivieren, aber wir müssen zumindest einen relevanteren Teil dazu bringen, sich damit zu beschäftigen, als jetzt der Fall. weil bis jetzt kriegen wir die Alternativen, die man hört, jetzt wieder aktiviert man die Politik, dann gibt es hier eine Normen, oder Corona war ein hoher Fall von massiven Transformationen, weil da hat jeder einen politischen Rennen und da haben sich alle in die Richtung gestellt, oder den Sinti, die Zukunftskommission für die Landwirtschaft kommt immer auf das Wort, man muss es also ohne die Opportunität sehen und nichts verdienen, sondern einfach mit den Anzeigen, damit wir auch darüber haben wir ja gesprochen. Und wahrscheinlich brauchen wir alle ein Zusammenspiel, also ich bin niemand, der, wenn wir jetzt irgendwas Neues diskutieren, sofort sagt, ach, das ist Verboten und wir brauchen nicht mehr Verbote, weil wir haben jetzt auch Tausende Verbote, also wir tun jetzt so, als würden wir plötzlich Dinge verbieten, nur weil es ums Klima geht, wir haben immer schon Dinge verboten, also da bin ich immer ein bisschen zurückhaltend, wahrscheinlich braucht es ein Zusammenspiel von Regularien, Politik von oben, Politik von unten, wütende Graswurzelbewegung und Moderate oder dergleichen. Also es tut mir total leid, Sie beschreiben das großartig, aber ich sehe da keinen Königsweg, wie man das wirklich schaffen kann, im Kleinen natürlich, also mit tausend verschiedenen Formaten, aber gesamtgesellschaftlich gesehen tue ich mir das schwer. Man muss nämlich auch sagen, dass die letzten 20 Jahre extrem viel passiert ist. Also ich treffe manchmal Menschen, die sagen, ja plötzlich seit zwei Jahren reden alle über das Klima, in meiner Wahrnehmung reden wir seit 20 Jahren über das Klima oder 30 oder Tierwohl. Aber Sie haben, letzter Gedanke, Angst angesprochen, beim Thema Klimakrise würde ich sagen, das wird das Problem lösen unter Anführungszeichen. Mehr extreme Wetterereignisse, mehr Migrationsbewegungen, das wird dazu führen, dass die Leute die Klimakrise extrem ernst nehmen. Kann man sagen, ein bisschen spät, aber bei Tieren zum Beispiel sehe ich das nicht so. Also man kann sagen, weniger Fleischkonsum führt zu einem besseren Klima oder dergleichen, aber, also ich bin ja kein Tierrechtler, insofern möchte ich da keine Position stark einnehmen, aber da sehe ich nicht so, dass wir bald mal extreme Bewegungen zu mehr Tierwohl haben, weil das ist für das Klima ja eigentlich nicht so relevant. Noch eine Frage bitte? Dann kommen wir langsam ein bisschen zum Schluss. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass in den nächsten Jahrzehnten, in 20, 30, 40 Jahren, die Verteilungskämpfe auf der Welt um die letzten Ressourcen immer härter werden. Und man kann natürlich schon sagen, jeder Einzelne soll das Mögliche dazu tun, um die Natur zu schonen, Ressourcen zu schonen und, und, und. Aber wenn es weiter so geht, wie es in Deutschland zur Zeit, oder in den letzten Jahrzehnten war, dass die soziale Schere sich immer weiter öffnet, dann kann man natürlich von denen, die sich dieses soziale Bewusstsein finanziell nicht leisten können, weil sie einfach billige Lebensmittel brauchen, von denen kann man keinen hohen moralischen Anspruch erwarten. Und darum wird es wichtig sein, dass man erstmal wieder schaut, die soziale Schere wieder zusammenzufügen, wieder mehr Gerechtigkeit in die Gesellschaft zu bringen. Und wenn das in Deutschland schon so schlimm ist, wie ist dann erst in anderen Ländern wie Indien, Brasilien und 50 andere rund um die Erde? Das wäre nur Afrika. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dazu braucht man nicht viel sagen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auf meiner Slide auch nur in einem kleinen Satz auftauchte. Die Umweltfrage darf die soziale Frage nicht ausblenden, weil sonst wird das gesellschaftlich natürlich uns zerreißen. Schön, dass Sie nochmal zum Schluss darauf hingewiesen sind. Die Repäer haben jetzt ganz stark europäisch-deutsch gedacht, dass wir global denken müssen. Völlig, völlig richtig. Nicht nur beim Klima, sondern auch hier beim Thema. Es nützt ja auch nichts, mal frech gesagt, wenn wir in Deutschland diese Art von Tierhaltung nicht mehr haben, sondern die passiert dann in Indien oder irgend so und ist ansonsten gleich. Ja, vielen Dank nochmal für den Hinweis. Zu Ihren Fragen, was muss man ändern? Ein ganz kleines Beispiel von mir. Klimaherbst. Ich lade Sie nochmal herzlich ein. 120 Veranstaltungen in sechs Wochen und meine Damen und Herren alle, das sind ja nicht nur so Kopfvorträge wie heute, sondern das sind Exkursionen, das ist Bauernbesichtigung, das sind Kochkurve, das sind Schulexkursionen, das sind alle auch viele, viele andere Formate, wo man eben über solche Dinge nachdenken oder sich schlicht erleben kann. Also nochmal meine herzliche Einladung, nehmen Sie teil an dem Klimaherbst, an diesen vielen, vielen Veranstaltungen. Das finden Sie in dieser Dichte, in dieser Breite, so schnell nicht nochmal. Eine dieser Veranstaltungen, das ist das, was wir vorhin schon angerissen hatten, nachhaltige Erlehrung, warum wir essen, wie eigentlich was wir essen. Ich habe mit der Frau Professor Renner natürlich auch im Vorfeld schon ein bisschen diskutiert, und die sagt, das hängt sehr stark von sozialen Komponenten ab. Das hängt sehr stark vom Nudging ab. Wir hatten es gerade eben, was steht denn am Supermarkt vorne? Wahrweise haben bestimmte Dinge, sind sie besonders billig und so. Ja, das ist nicht zufällig so. Vorgestern hatten wir, wie gesagt, diesen Gesundheitsexperten, der darauf hingewiesen hat, ich war eigentlich ganz stolz, ich esse morgens Müsli und Joghurt, und der sagt, hallo, mein lieber Freund, da ist viel zu viel Zucker drin. Ja, hallo, das wird mir so angeboten. Ich weiß es nicht. Also, Sie haben 120 Möglichkeiten, sich in diesen Formen zu beteiligen. Herzliche Bitte, herzliche Einladung, wie gesagt, am 12. Oktober, warum wir essen, was wir essen, nachhaltiges Essen, und ein Herzenswunsch von mir an Sie. Am 21. Oktober haben wir die politische Podiumsdiskussion, da haben wir eingeladen, die umweltpolitischen Sprecherinnen und Sprecher der aller sechs Fraktionen im Münchner Rathaus zum Thema Klima und Ernährung. Was tut ihr in der Stadt? Zur Aufklärung, zur Veränderung, zu was auch immer. Vier Mentorinnen und Mentoren werden dazu vier Kapitel die Politiker befragen. Ich sage immer so frech, ich kenne die alle, die kennen mich, wenn ich frage, ist das langweilig. Aber nein, jetzt kommen vier Expertinnen und Experten und fragen die Politiker. Ein ganz tolles Format, was sich bewährt hat. Herzliche Einladung an Sie, 21. Oktober. Im Übrigen, im großen Saal, im Einstein 28, und parallel per Online und per Facebook. So, jetzt machen wir aber mal Schluss. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, nochmal bei Ihnen einen ganz, ganz heftigen Dank. Auch, dass Sie am Bildschirm dabei waren, dass Sie hier dabei waren, ganz herzlichen Dank. War ein super Nachdenkabend, toll präsentiert, zum ernsten Thema, zum Thema Klima und Ernährung, Ernährung, Tierwohl, eigentlich eine Frage, wie denken wir über uns, wie wollen wir leben. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen alle, meine Damen und Herren, eine gute Nachherkenntnisse und bitte bleiben Sie gesund. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.